Das verfluchte Bad Diese Geschichte ist real und beruht auf meinen persönlichen Erfahrungen. Die Namen sind geändert worden. Ich trat 1990 in die Armee ein und wurde 1998 entlassen, als ich meine Midlife-Crisis hatte. Ich trat der Nationalgarde bei. Ein paar Jahre nach meinem Eintritt in die Nationalgarde wurde ich freiwillig einer Sanitätseinheit zugeteilt, die in den Nahen Osten verlegt werden sollte. Im Januar 2019 meldete ich mich bei meiner neuen Einheit und erfuhr, dass ich nicht nur am Ende des Jahres in den Einsatz gehen, sondern auch eine NTC-Rotation mit der Einheit absolvieren musste. Das National Training Center, NTC, befindet sich mitten in der kalifornischen Wüste. Es ist eine der anspruchvollsten Ausbildungsveranstaltungen der Armee und so nah an der Hölle, wie man sie auf diesem Erdball nur bekommen kann. Zumindest glaube ich das. Unsere Rotation im NTC war so geplant, dass sie mit unserem Einsatz zusammenfiel. Das heißt, wir mussten unsere Ausrüstung von Fort Irvin aus einsetzen, anstatt sie nach Hause zu schicken. Nach 30 Tagen in der Wüste musste ich also zusehen, wie meine Einheit im Busse verladen wurde und für einen Monat nach Hause fuhr, während ich in Fort Irvin bleiben und mich um das Packen, die Zollkontrollen und die Bestandsaufnahme kümmern musste. Von den ca. 5000 Gardisten, die die Einsatztruppe bildeten, mussten etwa 300 von uns zurückbleiben. Da die Einheiten normalerweise nicht verlegt werden, war es für Fort Irvin schwierig, einen Platz für uns zu finden. Die Unterkünfte der Rotational Unit wurden für die nächste Einheit benötigt, die zu einem Training in die Wüste kam und die Kaserne Nationalgarde auf dem Posten wurden für die kalifornischen Gardisten benötigt, die in diesem Sommer ihr zweiwöchiges jährliches Training absolvierten. Nachdem wir also ein wenig herumgezogen waren, landeten wir in einer sogenannten Augmentability-Kaserne. Das ist der Ort, in dem Einheiten untergebracht sind, die nicht zur Ausbildung, sondern zur Unterstützung der Oppositionstruppe nach der Vollzeitausbildung kommen. Zu unserem Glück wurden für die anstehende Ausbildung keine Verstärkungen benötigt, sodass wir diese Kaserne drei Wochen lang nutzen konnten. Und genau hier beginnt meine Geschichte. Die Arbeit, die wir zu erledigen hatten, war lang und hart, aber nach zwei Wochen war das meiste erledigt und wir begannen eine kleine Auszeit zu genießen. Dies fiel mit unserem Umzug in die Augmenti-Unterkunft zusammen. Bei unserem ersten Umzug führte der Housing Manager, ein Zivilist, die Senior Leader durch die zwölf Gebäude, die wir bewohnen sollten, und die Toiletten, die wir benutzen durften. Die Einrichtung war typisch für Kurzzeitunterkünfte der Armee. Jedes Gebäude hatte zwei Seiten mit Etagenbetten von vorne nach hinten. Die zwölf Gebäude, die wir zusammen mit einigen anderen belegten, waren in einem Quadrat angeordnet, mit großen Badezimmern und offenen Unterständen für Treffen, Essen und so weiter, im Bereich hinter den Gebäuden. Jeder Einheit hatte ihre eigenen Gebäude, und meine Einheit hatte dasjenige, das am weitesten von der zugewiesenen Männertoilette entfernt war. Das war seltsam, denn direkt hinter unserem Gebäude befand sich eine Männertoilette. Aber sie war verschlossen, und sie stand nicht auf der Liste, die uns zugewiesen worden war. Also fragte ich den Housing Manager, ob wir auch diese Toilette zugewiesen bekommen könnten. Da ich älter bin, muss ich die Toiletten öfter benutzen, und ich wollte nicht die Hälfte des Weges zu der einzigen Männertoilette gehen, die wir hatten. Er sagte, die ist leider nicht verfügbar. Was ich so interpretierte, dass es Probleme mit Erwartungen gab, das war mein Glück. Ein paar Tage später kam ich von einem Abendessen mit meinem Team in Barstow zurück. Es war schon spät, und als wir ankamen, parkte er einen MP-Wagen, Militärpolizei, vor dem Gebäude neben dem unseren. Da ich für Probleme mit der Nationalgarde und dem aktiven Dienst sensibilisiert war, beschloss ich, mit der MP zum Raucherbereich hinter dem Gebäude zu gehen, um herauszufinden, wer Mist gebaut hatte und was wir tun konnten, um Papierkram zu vermeiden. Als ich am Ende meines Gebäudes ankam und mich auf den Weg zum Raucherbereich machte, hörte ich einen Schrei und fließendes Wasser aus der verschlossenen Toilette. Ich hörte aber auch, wie sich einer unserer weiblichen Vorgesetzten mit einer MP in der Raucherecke unterhielt, während ich mir die Toilette im Vorbeigehen anschaute. Ich war mehr daran interessiert, herauszufinden, was mit der MP los war. Als ich die weibliche Unteroffizierin erreichte, die ich kannte, sagte sie sofort, Du hast es doch gehört. Ich bejahrte. Das geht schon seit einer halben Stunde so. Sieht so aus, als wäre jemand in die Toilette eingebrochen und würde alles durchwühlen. Toll, dachte ich. Da ist jemand betrunken und wird verhaftet. Bitte, lass es nicht ein meiner Jungs sein. Ich wandte mich an die MP und stellte mich hier vor. Ich fragte sie, ob sie schon im Bad gewesen sei und ob sie eine Ahnung habe, wer sich dort befinde. Sie lachte und sagte, Nein, beide Türen sind doch verschlossen, also warte ich auf meinen Unteroffizier, der den Schlüssel bringt. Ungefähr zu dieser Zeit kamen zwei weitere Militärpolizisten an und einer sagte, Bringen wir es hinter uns. und sie gingen alle in Richtung der Toiletten. Der ranghöchste MP wandte sich an mich und sagte, Sir, macht es Ihnen und dem Sergeant etwas aus, an der anderen Tür zu warten. Ich sagte, wir seien nicht dafür ausgerüstet, bei einem Betrunkenen fertig zu werden. Das sei Ihre Aufgabe. Er lachte und sagte, Keine Sorge, ich glaube nicht, dass jemand auf der anderen Seite rauskommt. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Zufrieden ging ich auf den Bürgersteig, damit ich die Hintertür sehen konnte. Der Lärm aus dem Bad wurde immer schlimmer. Es war klar, dass alle Duschen durch den Dampf in Betrieb waren. Man hörte die Toilettenspülung und vermutlich das Schlagen der Kabinentüren. Die MPs zeigten mir die Daumen nach oben, als sie das Vorhängeschloss an der Tür aufschließen wollten. Plötzlich, und ich nehme an, als sie die Tür öffneten, hörte der ganze Lärm auf. Wir hörten nur noch das Wasser laufen und dann die MPs, die beim Eintreten den Ruf Militärpolizei ausstießen. Kurz darauf hörten wir ihre Rufe, als sie sich durch das Gebäude bewegten und Bereiche räumten. Als sie am Ende des Gebäudes ankamen, schalteten sie die Duschen ab und ging zurück zur anderen Tür. Ich ging zur Vordertür und wollte sehen, wen sie herausbrachten. Als sie herauskam, sagte der Älteste zu seinen Untergebenen, sie sollten sicherstellen, dass der Strom abgeschaltet sei und abschließen. Er bat mich und Pryla, den Master Sergeant, der ursprünglich die Störung gemeldet hatte, mit ihm zu gehen. Als wir zum Raucherbereich zurückkehrten, sagte er, wir haben niemanden drin gefunden. Ich war unschlüssig. Offensichtlich war jemand auf der Toilette gewesen und ich sagte, dass das nicht möglich sei. Er hob die Hände und sagte, Sir, das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Alle paar Monate bekommen wir Anrufe, dass da jemand Unfug macht und wenn wir dann kommen, durchsuchen wir das Gebäude und finden nichts außer laufenden Duschen. Und wenn es im Bad Vorräte gibt, werden sie überall hingeworfen. Aber wir finden nie jemanden drin. Ich habe keine Erklärung dafür, aber soweit ich weiß, geht das schon seit Jahren so. Es gibt eine ständige Anweisung, dass kein Abgeordneter allein in diese Toilette geht und mindestens einer der Abgeordneten, die eine Durchsuchung vornehmen, muss männlich sein. Warum zum Teufel? fragte ich. Er sagte, er sei nicht sicher, aber er habe gehört, dass ein weiblicher Abgeordneter unerklärliche Verletzungen erlitten habe, als er die Toilette allein besucht habe. In meinem Kopf sagte ich, dass das Blödsinn ist, nur die aktive Armee, die sich wieder mit der Garde anlegt. Die MPs gingen und Sergeant Prylor und ich unterhielten uns eine Weile. Sie stammte ursprünglich aus Louisiana und trat der Garde bei, als sie aus der Armee in Fort Bragg entlassen wurde. Ich sagte ihr, dass sich das für einen blödsinnigen Streich der MP hielt. Sie war sich da nicht so sicher. Sie sagte, sie glaube, es sei übernatürlich. Ich war nicht überzeugt. Drei weitere Male während unseres Aufenthalts berichteten Leute, dass sie Geräusche, Schreie und fließendes Wasser aus diesem Gebäude gehört hätten. Die Antwort war jedes Mal die gleiche. Drei MPs durchsuchten das Gebäude und fanden niemanden. Als es an der Zeit war, das Gebäude zu räumen, bat ich den Housing Manager um einen Moment, wenn wir fertig waren. Er sah mich an und sagte, sie haben Fragen zum Badezimmer, richtig? Nun ja, sagte ich. Er schaute mich an und sagte, lassen Sie uns eine rauchen gehen. Das ist es, was er mir sagte. Im Jahr 2009 beging ein Soldat, der in einer Verstärkungsmission von Fort Hood teilnahm in dieser Toilette Selbstmord. Leider ist es keine Seltenheit. Die Zahl der Selbstmorde unter Soldaten ist so hoch wie nie zuvor. Nach seinem Tod erhielt das Unterkunftsteam Berichte über Probleme in der Toilette. Die ersten Vorfälle betrafen die Tür der Kabine, in der der Soldat starb, die nicht in den Angeln blieb. Fast täglich erhielten sie Anrufe, dass die Tür abgefallen sei. Man fand sie dann unbeschädigt auf dem Boden liegend. In der Zeit, in der das Gebäude nicht von Einheiten genutzt wurde, kamen sie dann um die Tür zu öffnen und fanden die Tür abgenommen und auf dem Boden liegend vor, während die Duschen liefen. Ein paar Jahre später sagte er, dass die Abgeordneten Anrufe bekamen. In einigen Fällen ging es um Schreie und Gebrüll im Badezimmer, in anderen nur Menschen, die beim Duschen geschlagen wurden und so weiter. Im Jahr 2012 beschlossen das Gebäude Wartungsteam und die Abgeordneten, das Gebäude zu verschließen. Dadurch wurde zwar eine Toilette entfernt, aber das war den ständigen Ärger mit den Anrufen nicht wert. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Anrufe, dass jemand die Toilette verwüstet. Anfangs holten die Abgeordneten den Schlüssel und durchsuchten das Gebäude, schalteten die Duschen aus und schlossen es wieder ab. Eines Nachts erhielte doch eine weibliche Abgeordnete den Anruf. Als sie ankam, ging sie hinein und wurde verprügelt, zum Teil schwer. Nach einer langen Untersuchung wurde niemand wegen des Angriffs angeklagt. Die Abgeordnete selbst sagte, sie habe ihren Angreifer nicht gesehen, aber die Schläge seien aus allen Richtungen gekommen. Zu diesem Zeitpunkt begann die inoffizielle Politik der drei MPs und mindestens ein Mann im Team. Er sah mich an und sagte, Sir, ich glaube nicht an Gespenster und so, aber was auch immer da drin ist, es macht mir Angst. Und nach seinen Worten konnte ich ihn verstehen. Ich will ehrlich sein, was immer da drin ist, macht mir auch Angst. Ein Leben voller Horror. Ich möchte vorausschicken, dass ich im Allgemeinen ein sehr rationaler Mensch bin und von Natur aus skeptisch. Ich bin nicht in einer Familie aufgewachsen, die religiös war oder sich mit dem Übernatürlichen beschäftigt hat und wenn ich diese Dinge nicht selbst erlebt hätte, würde ich heute zweifellos nicht daran glauben. Unser Haus wurde im Jahr 1912 gebaut. Von außen schien es ein ganz normales Haus zu sein. In dem Moment, in dem ich das Haus betrat, fühlte ich mich unwohl und konnte mir nicht erklären, warum. Meine Schwester und ich teilten uns ein Zimmer am Obergeschoss. Eines Tages saß ich in meinem Zimmer auf meinem Bett und schaute zur Tür. Es war eine dieser Zieharmonikatüren, die sich mit einem Klicken schließen ließen und unten war ein Zwischenraum von etwa einem Meter, wo sie nicht bis zum Boden reichte. Zu dieser Zeit waren nur meine Mutter und ich zu Hause und sie war unten. Ich hörte den Boden vor meiner Tür im Flur knarren, als ob jemand in mein Zimmer gehen würde. Dann sah ich eine weiße, nebelartige Gestalt an meiner Tür vorbeigehen. Zuerst dachte ich, es sei meine Mutter, die die Wäsche nach oben bringt und ich wartete darauf, dass ihre Füße unter der Tür auftauchen würden, aber das taten sie nicht. Ich spähte unter meiner Tür hindurch, um zu sehen, wer im Flur war, aber es war niemand da. Es war windstill und es konnte unmöglich ein wehender Vorhang gewesen sein. Ich habe definitiv etwas an meiner Tür vorbeigehen sehen. An einem anderen Tag war ich wieder alleine in meinem Zimmer. Meine Familie war zu diesem Zeitpunkt unten in der Küche. Neben der Tür stand ein Schrank, auf dem eine Lampe stand. Ich saß gerade wieder auf meinem Bett und plötzlich fing die Lampe ein heftig hin und her zu wackeln. Ich habe mich zu Tode erschreckt und bin sofort nach unten gerannt und meine Familie konnte sehen, dass ich Angst hatte und fragte mich, was los sei. Ich erzählte ihnen, was passiert war und sie sahen sich alle an. Später fand ich heraus, dass sie versuchten mich davor zu schützen, etwas von den paranormalen Erlebnissen zu erfahren, die dort passiert waren. An einem anderen Tag waren meine Schwester und ich im Wohnzimmer. Es war Sommer und wir hatten eine dieser Fenster Klimaanlagen im Küchenfenster. Mein Vater war gerade dabei, den Bau einer freistehenden Garage zu beenden und hatte die Sicherungen ausgeschaltet, damit er die Verkabelung der Garage fertigstellen konnte. Im Haus gab es überhaupt keinen Strom. Wir saßen einfach nur da und plötzlich hörten wir, wie sich die Klimaanlage einschaltete. Meine Schwester und ich sahen uns an und rannten nach draußen. Meine Eltern fragten uns, was los sei und wir erzählten ihnen, wie sich die Klimaanlage von selbst eingeschaltet hat. Mein Vater sagte, das sei unmöglich, es gäbe kein Strom im Haus. Wir hatten keine Erklärung dafür, wie sie sich eingeschaltet hatte. An einem anderen Tag war ich in meinem Zimmer und wir hatten einen dieser großen Ventilatoren, die auf dem Boden standen. Meine Schwester schimpfte immer mit mir, weil ich ihn anließ, wenn ich nicht im Zimmer war. An diesem Tag war es wirklich heiß, also ließ ich den Ventilator absichtlich an. Ich ging nach unten um zu duschen, nur meine Mutter und meine Schwester waren zu dieser Zeit zu Hause. Als ich zurück in mein Zimmer kam, war der Ventilator ausgeschaltet. Ich fühlte mich sofort unwohl, weil ich wusste, dass ich ihn angelassen hatte. Ich fragte meine Mutter und meine Schwester, ob sie nach oben gegangen seien, während ich geduscht habe, aber sie waren nicht da. Es gab keine Erklärung dafür, wie ich ausgeschaltet hatte. Das war zu der Zeit, als wir noch Lieder aus dem Radio auf Kassetten aufnahm. Eines Tages vergaß ich wohl, während der Aufnahme auf Stop zu drücken, hatte den Raum verlassen. Als ich mir die Aufnahme anhörte, hörte es sich an, als würden sich ein Mann und eine Frau auf dem Band streiten, aber ich konnte nicht genau erkennen, was sie sagten. Zu dieser Zeit war niemand im Zimmer. Wenn ich nachts einschlief und das Licht aus war, sah ich etwas, von dem ich heute weiß, dass es wahrscheinlich Kugeln waren, aber damals hatte ich keine Ahnung, was es war. Es war wie statische Elektrizität in der Luft. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das, was ich gesehen habe, kommt dem am nächsten. Wunderkerzen. Ich habe mich immer zu Tode erschreckt und bin zu meiner Mutter gerannt, Ich ging zurück ins Bett und versteckte meinen Kopf unter der Decke. Es gab einen Geist, der in der Ecke meines Zimmer stand und uns ständig beobachtete. Nachdem wir ausgezogen waren, erzählte ich meiner Mutter eines Tages, dass sich unser neues Haus so viel glücklicher anfühlte als unser altes. Sie fragte mich, was ich verobachtet zu werden. Ich fragte sie, ob es dort spukte und sie gab schließlich zu, dass es so war, dass man versucht hatte, mich davor zu schützen, weil ich die jüngste war. Ich beschrieb ihr zwei der Geister, den weiblichen, der immer in der Ecke meines Zimmers war und den männlichen Geist, der im Zimmer meines Bruders blieb. Ich beschrieb, aus welcher Zeit sie stammten und wie sie gekleidet waren. Die Frau trug ein langes dunkles Kleid und der Mann saß im Zimmer meines Bruders auf dem Boden und schaute aus dem Fenster. Keine Ahnung, woher ich diese Dinge wusste und es stellte sich heraus, dass ich ziemlich nahe dran war, außer dass die Frau einen schwarzen Schleier trug, der ihr Gesicht verbarg und der Mann tatsächlich keine Beine hatte, weshalb ich dachte, säße die ganze Zeit. Als wir dort wohnten, hatte ich einen wiederkehrenden Traum, in dem ich ein kleines Mädchen in einem weißen Nachthemd sah, das sich im Flur vor meinem Schlafzimmer zusammenkauerte und weinte, weil das Haus brannte. Als ich in diesem Haus lebte, war ich ständig paranoid wegen Bränden und überprüfte ständig die Steckdosen im gab es tonnenweise Informationsmaterial über die Geschichte der Stadt. Es stellte sich heraus, dass vor dem Bau unseres alten Hauses an dieser Stelle Ende des 19. Jahrhunderts ein Hotel stand, das bis auf die Grundmauer niedergebrannt war, wobei mehrere Menschen ums Leben kamen. Mein Vater war der einzige, der keine Erlebnisse hatte, als wir dort lebten. Meine Mutter hatte die meisten Erlebnisse und ich glaube, zuerst dachte er, sie würde ihren Verstand verlieren. Erst als meine Geschwister und ich anfingen ihm von unseren Erlebnissen zu erzählen und insbesondere ich, von dem Vorfeld mit der Lampe in meinem Zimmer, begann er zu glauben, dass mit dem Haus etwas nicht stimmte. Mein Bruder arbeitete bis spät in die Nacht und kam erst gegen Mitternacht nach Hause. Er ging durch das dunkle Haus und in sein Zimmer zu gelangen und hörte so oft, wie jemand seinen Namen rief. Er dachte, es sei unsere Mutter und ging in ihr Zimmer, um zu sehen, was sie wollte, aber sie schlief schon. Schließlich schlief er nur noch selten dort. Stattdessen schlief er bei seinen Freunden oder seinen Freundinnen. Meine Schwester und ich teilten uns ein Zimmer. Wir hatten einen weiblichen Geist in einem schwarzen Schleier, der in der Ecke unseres Zimmer stand und uns beobachtete. Eines Nachts wachte meine Schwester auf und stellte fest, dass jemand neben ihr auf dem Bett saß und ihre Hand hielt. Sie dachte, ich sei es und fragte, was ich da mache. Keine Antwort. Sie schaute zu meinem Bett hinüber und da lag ich, fest schlafend. Sie schaute zurück und die Gestalt war verschwunden. Bis zum heutigen Tag schläft sie mit dem Kopf unter der Decke mehrere Erlebnisse. Ich weiß nicht einmal, was sie alles erlebt hat und ich will es auch gar nicht wissen. Ich weiß nur, dass sie sagte, es sind mindestens fünf Geister am Haus plus andere, die vorbeikommen würden. In unserem Keller hatten wir einen alten Kühlraum und dort befand sich offenbar das Geisterportal in unserem Haus. Ich bin mir nicht sicher, warum es dort war oder wie es dorthin kam, aber ich denke, dass die Sorgte war an diesem Ort ein Hotel abgebrannt, wobei mehrere Menschen ums Leben kam. Ich denke, dass die früheren Bewohner die Anwesenheit dieser Geister spüren konnten und mit Ouija-Brettern und Seancen versuchten, mit den Geistern in Kontakt zu treten, was dazu führte, dass sie dunkle Wesenheiten einluden. Das ist nur eine Theorie, aber ich glaube, dass die Menschen, die vor uns dort gewohnt haben, die mit allen von ihnen Erfahrungen. Die Frau in Schwarz war ein Schutzgeist und hat oft mit meiner Mutter kommuniziert. Ich glaube, dass dieser Geist mich auch vor den anderen Geistern beschützt hat. Als meine Mutter eines Tages in den Keller ging, verlor sie den Halt und begann zu fallen. Plötzlich spürte sie Hände auf ihrer Brust, die sie wieder in eine aufrechte Position brachten. Sie anderen Tag war sie gerade dabei im Zimmer meines Bruders Staub zu saugen, als das Telefon klingelte. Sie rannte nach unten, um den Hörer abzunehmen und als sie unten war, hörte sie, wie der Staubsauger ansprang und über den Boden geschoben wurde. Sie rannte wieder nach oben, aber als sie dort ankam, hatte er aufgehört. Sie war zu diesem Zeitpunkt die einzige Person zuhause. Wir hatten so viele Probleme mit Phantom Anrufen in diesem Haus. Damals gab es noch keine Handys, wir hatten nur einen Festnetz Anschluss. Das Telefon klingelte ständig und niemand war in der Leitung. Oder wir hörten Rauschen oder eine gedämpfte Stimme in der Leitung, aber wir konnten nicht verstehen, was sie sagte. Ich weiß nicht, wie oft wir die Telefongesellschaft kommen ließen, um es zu überprüfen, aber es war alles in Ordnung. Dann ist es eskaliert. Mein Vater stand mitten in der Nacht auf, um zur Arbeit zu gehen und kurz nachdem er gegangen war, bekamen wir einen Anruf, in dem die Person sagte, ich habe gesehen, dass er zur Arbeit gegangen ist. Das hat meine Mutter so erschreckt, dass die Polizei eingeschaltet wurde, um herauszufinden, woher diese Anrufe kam. Wir mussten aufzeichnen, wann die Anrufe eingingen, was gesagt wurde und so weiter. Es gelang ihnen nie, die Anrufe zurück zu verfolgen. Kurz darauf zogen wir um und hatten die gleiche Telefonnummer. Die Anrufe hörten auf, sobald wir ausgezogen waren und wir hatten nie wieder Probleme. Bevor wir umzogen, war meine Mutter sehr besorgt, dass sie uns folgen würden. Die Frau in schwarz war sehr religiös und meine Mutter hatte eine alte Bibel neben ihrem Bett. Eines Morgens wachte sie auf und fand die Bibel aufgeschlagen neben sich auf dem Nachttisch und diese Worte waren hervorgehoben. Und dieses Haus wird für immer mein Zuhause sein. Zum Glück sind sie uns nicht gefolgt. Ich bin sehr empfindlich gegenüber Geistern und habe im Laufe meines Lebens noch andere Erfahrungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe das Haus gehasst und war so froh umziehen zu können. Ich bin jedoch dankbar für die Erfahrungen, denn jetzt weiß ich, dass unsere Geister nach dem Tod weiterleben, nur auf andere Weise. Das Geisterhaus 2011 lebte ich mit meinen beiden Söhnen ein Jahr lang in einem Haus in El Paso, Texas. Es war ein schöner Ort mit einem riesigen Garten für unsere Hunde und drei Schlafzimmern, zwei weiteren Zimmern und eine Zwei-Auto-Garage. Mit dem Preis, zu dem ich es gemietet habe, war es ein tolles Haus. Außerdem wohnte der Vermieter fast auf der anderen Straßenseite, sodass er bei Bedarf immer in der Nähe war. Kurz nach meinem Einzug saß ich in meinem Schlafzimmer, sah fern und entspannte mich von einem langen Tag. Ich war zu dieser Zeit arbeitslos und hatte von meinem ehemaligen Arbeitgeber einen Abfindungsscheck erhalten, von dem ich lebte, während ich auf Jobsuche war. Mein Zimmer lag direkt gegenüber dem Zimmer meines jüngsten Sohnes und mein älterer Sohn hatte sein Zimmer neben meinem, da er behindert war und ich manchmal mitten in der Nacht aufstehen Schlitzen der Klimaanlage und nahm an, dass es die Freundin meines Sohnes war, die gerade bei uns eingezogen war und eine tolle Gesangstimme hatte. Ich nahm es als gegeben hin und sagte mir, dass ich am nächsten Morgen mit meinem Sohn darüber sprechen würde. Am nächsten Morgen fragte ich Das Haus war ein älteres Haus und in L-Form gebaut, wobei sich auf der einen Seite des L die Schlafzimmer und Bäder befanden und auf der anderen Seite das Arbeitszimmer, das Esszimmer, die Küche, ein weiteres Zimmer, das als Büro oder Gästezimmer genutzt werden konnte und am Ende die Garage. Alle Türen und Fenster waren schmiedeeisern. Es fing damit an, dass wir, wenn wir das Haus verließen, die schmiedeeiserne Tür, die von der Garage ins Haus führte, abschlossen und bei unserer Rückkehr war die Tür oft unverschlossen. Das gleiche passierte, wenn wir im Haus waren. Die Tür blieb unverschlossen, solange wir alle im Haus waren, aber oft, wenn ich in die Garage musste, war die Tür verschlossen. Außerdem war das Haus renoviert worden. Es hatte neue Fliesen, Teppiche, Schränke in der Küche und so weiter. Aber in einigen Zimmern gab es diese altmodischen Druckknopf Lichtschalter. Sie leuchteten, wenn die Lichter im Zimmer aus waren und wenn man sie drückte, machte der Schalter einen lauten, hörbaren Doppelklick und das Licht ging an. Im Flur ging das Licht im Gästebad zu verschiedenen Zeiten in der Nacht an, aber nur wenn wir wach waren. Wenn wir im Wohnzimmer Fernsehen hörte man einen Klick und das Licht im Bad ging an. Niemand war in der Nähe und wir konnten keinen Grund für dieses Verhalten finden. Ich erinnere mich, dass ich kurz nach unserem Einzug meinen Bruder zu Besuch hatte, der mir half, alle meine Geräte anzuschließen, um ein neues Wi-Fi Modem zu installieren. Nachdem er mit der Einrichtung fertig war, war es draußen dunkel und er fragte mich, wo das Badezimmer sei und ich sagte ihm, die erste Tür links im Flur. Ich hörte, wie er hinein gegen den Lichtschalter drückte und als ich hörte, wie er sich erleichterte, hörte ich wieder das laute Klicken. Dann schrie mein Bruder, was zum Teufel? Er errötete und kam heraus. Wir erzählten ihm, dass wir es alle gehört hatten und sagten ihm, es dies regelmäßig passierte. Lampe, die ich auf den Tisch neben dem Krankenhausbett meiner Sohne stellen konnte, so dass ich, wenn er mich später in der Nacht anrief, einfach hineingehen und die Lampe antippen konnte, um Licht in seinem Zimmer zu haben. Wenn man das Licht einmal ausschaltete, leuchtete es schwach, bei der zweiten Berührung war es heller, bei der dritten Berührung war es am hellsten. Und natürlich würde die vierte Berührung das Licht wieder ausschalten. Nun, nach etwa einer Woche, in der dieses Licht da war, begann es sich mitten in der Nacht einzuschalten, aber es schien immer zwischen 12 Uhr und 2 Uhr morgens zu leuchten und es war immer auf der zweiten Stufe eingeschaltet. Niemals die niedrige oder die hohe Einstellung. Mein behinderter Sohn hätte das Licht nicht erreichen können, da es sich links von seinem Bett befand und außerhalb der Reichweite seiner Hände und Arme lag. Dieses Licht ging jede Nacht an, ohne Ausnahme. Ich habe mehrmals versucht wach zu bleiben, um zu sehen, wie das Licht angeht und bin ins Zimmer gelaufen, um den unsichtbaren Übeltäter zu erwischen. Es hat nie funktioniert. Ich konnte mit offener Tür im Bett sitzen und darauf warten, dass der Flut durch das eingeschaltete Licht heller wurde. Ich konnte ihn nie erwischen. Sobald ich eindürste und meine Augen schloss, wurde ich wach und das Licht war bereits an. Zu dieser Zeit lud ich eine Geisterjäger App auf mein iPhone herunter, um einige Dinge auszuprobieren. In dieser Nacht ging ich durch das Haus und versuchte IMF Messwerte zu erhalten. Die waren im Zimmer meines Sohnes am höchsten. Mein Bruder war an diesem Abend wieder da und sagte mir, dass es wahrscheinlich den Strom von den Leitungen in den Wänden aufnimmt. Also beschlossen wir den Strom im Haus am Hauptsicherungskasten abzuschalten und das Zimmer erneut zu überprüfen. Selbst bei ausgeschaltetem Strom waren die IMF Werte im Gästezimmer hoch und im Zimmer meines behinderten Sohnes am höchsten. Eines Abends hatte ich meine Freundin zu Besuch und nachdem wir unseren Spaß gehabt hatten öffneten wir die Tür zu meinem Zimmer damit ich meinen Sohn hören konnte falls er rief. Wir schliefen ein. Ich wachte auf als ich schrie dass jemand an der Tür sei. Ich schaute nach und tatsächlich stand eine Schattenfigur vor der Tür. Ich sprang aus dem Bett als zitterten und der Raum war leer. Ich konnte meine Freundin nicht dazu bringen wieder einzuschlafen und sie packte ihre Sachen zusammen und ging. Am nächsten Tag beschloss ich auf die andere Straßenseite zu gehen und mit meinem Vermieter zu sprechen und ihm zu erzählen was passiert war. Da erzählte er mir dass er das Haus gekauft hatte nachdem die Frau die dort gelebt hatte verstorben war und dass er gekauft und in ein Mietobjekt umgewandelt hatte und dass ich sein erster Mieter in diesem Haus war. Nachdem ich ihm alles erzählt hatte was passiert war sagte er mir sei bereit eine Videokamera zu mieten die wir im Zimmer meines Sohnes aufstellen könnten. Ich sagte ihm vielleicht wir würden einfach abwarten wie sich die Dinge entwickelten da niemand etwas zugestoßen sei und das was ich in dem Haus befand meinem Zimmer an denn die Sommerlichte in El Paso können verdammt heiß sein jedenfalls schlief ich und wurde durch das Geräusch der vertikalen Jalousien geweckt die gegen sich selbst schlugen ich schrieb es der Luft zu die durch den Ventilator und die Klimaanlage bewegt wurde ich schloss meine Augen und wollte gerade wieder einschlafen als ich spürte wie sich die Haare in meinem Nacken aufstellten spürte ich ein Atmen an meinem rechten Ohr und etwas flüsterte mir ganz deutlich Mutter ins Ohr ich schrie auf sprang aus dem Bett und schaltete das Licht an und nichts es war niemand da im Laufe der Zeit lernte ich Wochenenden mit uns zu verbringen begann auch sie Dinge zu erleben hauptsächlich die Schatten Figur das kleine Mädchen war diejenige die sie am häufigsten sah sich erschrak in unser Zimmer kam und zu uns ins Bett sprang wir alle hatten Erfahrungen mit dem Schatten wie wir ihn zu nennen begann es gab Zeiten in denen ich im Wohnzimmer fern sah und spürte wie sich die Haare meinem Nacken aufstellten ich drehte mich um nur um ein dunkles Ding zu sehen das ich entfernte und in einer Sekunde war es weg als ich unser einjähriger Mietvertrag dem Ende zuneigte kontaktierte ich die El Paso Paranormal Society und fragte ob sie kommen und das Haus überprüfen könnten ich rief sie an schickte eine E-Mail über ihre Website und erhielt nie eine Antwort meine Freundin und ich heirateten und wir kauften ein Haus in der gleichen Gegend nur etwa drei Blocks von diesem Haus entfernt als wir mit unserem Umzug fast fertig waren wurde ich schließlich von der El Paso Paranormal Society kontaktiert natürlich wollten sie sich das Haus ansehen und vereinbarten einen Termin in etwa zwei Wochen nach ihrem Anruf ich teilte ihnen mit dass wir bereits umgezogen waren und zu dem Zeitpunkt an dem sie kommen würden nicht mal dort wohnen der Mann mit dem ich sprach sagte mir stellen sie sicher dass das letzte was sie tun wenn sie dieses Haus zum letzten Mal verlassen darin besteht zu verkünden dass was auch immer dort ist dort bleiben muss und dass es ihnen nicht folgen darf als er mir das sagte bekam ich eine Gänsehaut in dieser Nacht als ich und meine Freundin die letzten Sachen aus dem Haus holten machten wir einen letzten Rundgang und stellten sicher dass alle Lichter aus waren die Türen verschlossen und so weiter der Vermieter war bereits vorbeigekommen die Wohnung zu inspizieren und bat uns lediglich ein Licht im Haus brennen zu lassen wir entschieden uns das Licht in der Küche anzulassen da diese ein Fenster mit vertikalen Jalousien hatte das auf die Einfahrt des Hauses hinaus ging auf diese Weise würde es so aussehen als ob jemand zu Hause wäre als meine Frau und ich an unsere Autos stiegen die Fenster herunter gelassen hatten und miteinander sprachen erinnerte ich schloss die Haustür auf öffnete sie und sagte was auch immer in diesem Haus ist das ist jetzt dein Haus es ist dir nicht erlaubt uns zu folgen du musst hier bleiben ich verließ das Haus schloss und verriegelte die Tür und stieg wieder in mein Auto ich rief meiner Frau zu lass uns gehen als wir plötzlich sahen wie sich einer der vertikalen Jalousien im Küchenfenster zur Seite bewegte als ob jemand hinausschauen würde wir sahen uns an und sagten lass uns von hier verschwinden fast hätte ich eines der unheimlichsten dinge ausgelassen es gab einen Morgen an dem ich sehr früh aufwachte so gegen halb fünf und das verdammte Licht im Zimmer meines Sohnes war an schon wieder ich versuchte immer das Licht auszuschalten bevor es meinen Sohn aufweckte denn aufgrund seiner Hirnverletzung war Schlaf für ihn sehr wichtig als ich leise hinein ging um das Licht auszuschalten war ich sauer dass die schon so lange und jede Nacht geschah ich tippte zweimal auf das Licht um es auszuschalten und begann aus dem Zimmer zu gehen ich blieb am Fußende des Krankenhausbettes meines Sohnes stehen und sagte laut wenn hier etwas ist dann macht das verdammte Licht an und fast sofort ging das Licht an ich habe nicht bemerkt dass mein Sohn aufgewacht ist sein entsetzter Gesichtsausdruck hat mich zutiefst erschüttert bis zum heutigen Tag habe ich Albträume von diesem Morgen und seinem Gesichtsausdruck und jetzt der Clou seit ich den ursprünglichen Beitrag verfasst habe wurde ich von zwei Personen kontaktiert die dieses Haus und das Paar das dort lebte kannten wie bereits erwähnt ist die Frau die zuvor dort wohnte in diesem Haus gestorben was ich nicht wusste war dass sie starb und etwas mehr als eine Woche lang unentdeckt in dem Haus blieb schließlich wurde die Polizei gerufen nachdem sich die Polizei Zutritt zum Haus verschafft hatte fand man sie tot im Flur zwischen dem Zimmer meines Sohnes und dem Badezimmer mit dem Licht das zu jeder Nacht Zeit an und ausging außerdem wurde mir gesagt dass die Frau die in diesem Haus lebte sehr wütend und hasserfüllt wurde als sie älter wurde sie war paranoid und entwickelte Demenz sie wurde so hasserfüllt und grausam dass ihre gesamte Familie entfremdete sogar ihren Ehemann der schließlich auszog und die Rechnungen bezahlte während sie allein dort lebte als der Ehemann starb stellte die Frau die Urne mit seiner Asche auf den Küchentisch der auf die vordere Einfahrt hinaus ging das gleiche Fenster bei dem die vertikale Jalousie zur Seite geschoben war als ob etwas oder jemand mich und meine Frau in unserer letzten Nacht in diesem Haus als wir auszogen beobachtet hätte mir wurde gesagt dass die Dame in dem Zimmer in dem mein Sohn schlief als sie mehr und mehr an Demenz litt eine Art Schrein errichtete mit Zetteln die sie an die Wand klebte um Gott zu bitten sie zu retten sie nicht zu hassen ihr zu vergeben und ihre Familie zu bitten sie zu lieben als mein Sohn in diesem Zimmer untergebracht war hing an derselben Wand seine Medaillen von der Leichtathletik und vom Cross Lauf Bilder von seinen Freunden Zeitungsartikel dieselbe Person erzählte mir sogar dass eine der Töchter dieser Frau ihr als Kind erzählt hatte dass sie sich nicht gerne in diesem Zimmer auffiel weil nachts ein dunkler Rauch aus der Steckdose kam dieselbe Steckdose an die mein Sohn seine Touchlampe angeschlossen hatte das bedeutet dass auch etwas in diesem Haus war als das Paar das dort lebte noch am Leben war wie mir derselbe Zeuge erzählte war dieses Haus das erste das 1959 in dieser Siedlung gebaut wurde ich frage mich jetzt worüber es gebaut wurde der Ruf aus dem Wald ich lebte früher in der südwestlichen Ecke von Missouri in einer alten Eisenbahnstadt in der hier und da ein paar Leute vermisst wurden vor allem wegen der vielen Tweaker ich lebte in einem Holler wie wir es nannten am Fuße von zwei riesigen Hügeln durch die Senke floss ein Bach der aber das ganze Jahr über trocken war obwohl es trocken war machte das Leben in einer Schlucht das Land und die Hügel feucht und nebelig die Wälder die unseren Wohnwagen umgaben waren das ganze Jahr über grün und dicht man konnte zehn Minuten lang in eine Richtung gehen und sich verlaufen in der Regel benutzten wir Kinder das Bachbett als Weg denn dort gab es flache Felsen auf denen man sich leichter zurecht fand als auf dem wuchern den üppigen Waldboden eines Tages mitten im Sommer beschloss ich einen Spaziergang im Wald zu machen wie immer kam unser rotnasiger Pitbull Fatty mit die Sonne würde bald untergehen aber ich Zeit im Sommer gegen 9 Uhr unter in dem Moment als ich anfing durch das Bachbett zu wandern fing mein Pitbull an zu winseln er wich nicht ein einziges Mal von meiner Seite sondern blieb hier unterstehen um die Luft zu schnuppern und schaute hinter uns her ich dachte mir dass vielleicht ein Tier in der nähe war also machte mir nicht allzu viele Sorgen an einer Stelle im Bachbett musste ich mich unter zwei umgestürzten Bäume hindurchducken die bildete eine Art Brücke in der Mitte des Baches und diente als Umkehrpunkt für die meisten meiner Spaziergänger mein Hund winselte immer noch und ich fragte mich ob ein Puma oder sogar ein Bär in der Nähe war aber aus irgendeinem Grund wollte ich weiter gehen ich duckte mich unter den Bäumen brachte Fetty zum Schweigen und blieb stehen um in dem Wald um uns herum zu lauschen ich hörte nichts ich hörte buchstäblich nichts kein Wind keine knackenden Zweige nicht einmal Vögel selbst an ruhigen windstillen Tagen wimmelte es in diesen Wäldern normalerweise von Geräuschen und Leben nichts war jemals still aber jetzt war es so mein Magen fühlte sich an als würde er in eine Grube hinabfallen dann begann ich mich wirklich seltsam zu fühlen ich kann es nicht wirklich als Bauchgefühl beschreiben aber plötzlich fühlte sich mein Körper sehr mulmig und überempfindlich an und schlimmer noch ich hatte das deutliche Gefühl das ich die Menschen Menschen sind Tiere wir haben diese Instinkte jedes mal wenn ich im Wald ein Tier gesehen habe das mich verletzen könnte habe ich mich sofort umgedreht und bin nach Hause gegangen mein Hund hatte mich immer durch Bellen oder Knurren gewarnt aber dieses Mal nicht Fetty war verängstigt und zitterte ich hatte schon einmal gesehen wie dieser Hund von einem Lastwagen angefahren wurde und wieder aufstand als wäre nichts passiert und er war verängstigt alles deutete darauf hin dass er abhauen würde oder aber nein es passierte noch etwas seltsames nennen es einen nervösen Teenager oder etwas anderes aber ich spürte diesen seltsamen Sog in den Wald es war kein Geräusch zu hören aber ich hatte das Gefühl dass mich etwas rief und mich tiefer in den Wald lockte es war das unheimlichste was ich je in meinem Leben gespürt hatte aber ich war so neugierig ich wollte wissen was zum Teufel mich dazu brachte weiter vorwärts zu gehen ich ging weiter und merkte dass mein Hund sich an den umgestürzten Bäumen festgebissen hatte er zitterte am ganzen Körper und kläffte mich an als ich wegging aber er kam nicht mit mir mit er ging auch nicht weg was mir an diesem Tag möglicherweise den Arsch gerettet hat ich ließ Fetty zurück und gelangte schließlich zu dem Teil des Baches an dem ich noch nie gewesen war es war eine Lichtung mit einem Ring aus Bäumen die sie umgaben und der Bach erstreckte sich weit vor mir und führte um eine unsichtbare Ecke die Sonne hatte sich nicht bewegt und es war immer noch still ich stand eine Minute lang an Ort und Stelle und überlegte ob ich umdrehen sollte die Lichtung war unheimlich und fühlte sich leer an ich kann es nicht gut genug erklären ich hatte das Gefühl dass etwas Schreckliches passieren würde wenn ich um die Ecke ging die nur etwa 100 Fuß entfernt war ich tat es als Paranoia ab ich hatte noch genug Sonnenlicht und konnte ausnahmsweise allein auf Erkundungstour gehen außerdem könnte ich etwas Erstaunliches finden wenn es mich weiter hinein zog ging noch ein paar Schritte weiter und plötzlich hörte ich ein kleiner weißer Fleck weit hinten in den Bäumen er lief auf seinem Platz hin und her und bellte als würde er es ihn umbringen wenn er nicht losrannte er machte immer wieder einen Satz nach vorne aber er kam nicht weiter schließlich wurde mir klar dass im Horizont verschwunden und jetzt waren die Sterne zu sehen keine Sonne kein Licht ich starrte angestrengt auf die Bäume um die Ecke und sah nichts als ausgedehnte Schatten ich hörte einen Zweig knacken plötzlich begannen meine Ohren zu klingeln und Panik durchflutete meinen ganzen Körper ich wirbelte herum schoss zurück zu den umgestürzten Bäumen und sprintete auf meinen Hund zu er knurrte und bellte wie verrückt und als ich mich unter den Bäumen duckte sprinteten wir beide zurück zum Haus die ganze Zeit über hatte ich das Gefühl den Tod auf den Fersen zu haben und Fetty lief nicht ein einziges Mal vor mir her sondern blieb den ganzen Rückweg über meiner Seite als ich zu Hause ankam schaute ich war um halb elf zu Hause angekommen meine Eltern sollten in einer Stunde nach Hause kommen am nächsten Tag ging ich nur einen Teil des Weges zurück bis ich die Lichtung sehen konnte die weiteste Strecke die ich hätte zurücklegen können betrug etwa zwei Meilen und ich brauchte drei Stunden bis heute habe ich mich in den Wäldern noch nie so verfolgt gefühlt diese Wälder waren nicht Teil eines Nationalparks aber wenn man etwa zehn Meilen weiter ging konnte man den Mark Twain National Park erreichen dort werden oft Leute vermisst weil der Wald nach Einbruch der Dunkelheit unübersichtlich ist und mitten im Wald große Mulden hatte in die man hineinrollen und stecken bleiben kann ich weiß nicht was mich an diesem Tag im Wald wollte ich sah nicht was es war und es sagte nichts zu mir aber ich ignorierte der Grund dafür gewesen sein dass ich nicht tief in den Wäldern vom Mysterium herirrte und in der Dunkelheit von jemandem oder etwas angefallen wurde ich habe nie jemanden in meinem Leben davon erzählt ein weiterer Tatort ich bin gebeten worden weitere Geschichten aus meiner Zeit als Tatort Reiniger zu veröffentlichen damals in den 90er Jahren haben wir diese Art von Arbeit gemacht und in unserer Gegend waren wir eines der wenigen Unternehmen die über die Erfahrung und die Ausbildung verfügten um solche Aufgaben zu erfüllen wenn man mich damals nach meiner Arbeit fragte sagte ich dass es unsere Aufgabe sei Albträume zu beseitigen damals habe ich jedoch nicht allzu viel darüber gesprochen weil es schwer war darüber zu reden nachdem die Untersuchung abgeschlossen war gingen wir hinein und sterilisierten den Tatort nicht nur wegen der biologischen Gefahren sondern auch aus optischen Gründen denn wenn die Familie an den Ort des Geschehens zurückkehren würde müssten wir dafür sorgen dass er so sauber wie möglich aussieht und kaum noch etwas an das Geschehen erinnert diese spezielle Geschichte ist nicht wirklich eine Geister Geschichte sondern einer der Tatorte der in den Jahren in denen ich diese Arbeit mache wirklich chaotisch traurig und tragisch waren aber wie bei so vielen anderen Tatorten gab es nun in Ermangelung einer besseren Erklärung ein schweres Gefühl des Bösen das ist der Grund warum ich diese Geschichte erzähle denn nichts stach uns ins Auge wir sahen keine Schatten oder hörten etwas Ungewöhnliches aber es war als ob wir in einen Albtraum hineingerieten und das Gefühl überwältigender Traurigkeit und Angst erfasste mich um ein anderes Crew Mitglied das Team Mitglied das mit mir zu diesem Tatort ging war schon lange dabei ich war der Supervisor und da es sich nicht um einen besonders großen Tatort handelte waren nicht mehr Crew Mitglieder erforderlich um die Aufgabe zu bewältigen wenn ich mich recht erinnere während meine Mitarbeiter in der Werkstatt Aufgaben erledigten wir bekamen einen Anruf der uns in ein hübsches Vorstadt führte der etwa 15 Meilen von einer großen Stadt entfernt führen sollte aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre der Familie werde ich weder die Stadt noch die Daten oder Namen nennen das Verbrechen ereignete sich einige Tage oder eine Woche zuvor ich habe vergessen wie viel Zeit vergangen war aber die Ermittler hatten die Untersuchung des Tatorts und das Sammeln von Beweisen abgeschlossen und ihre Arbeit war beendet das Haus war ein ganz normales Haus im Ranch Stil wahrscheinlich in den 60er Jahren gebaut ich erinnere mich dass die Vorderseite des Hauses mit einer Menge Football Dekoration geschmückt war wahrscheinlich vom Lieblingsteam des Vaters wenn man an diesem Haus vorbeikam war nichts Besonderes daran es war nicht schick und nicht ungepflegt es war ein ganz normales Vorstadthaus in einer ziemlich ruhigen Gegend es kam oft vor dass ich eine Nachrichtensendung sah und mich fragte ob wir wohl zu diesem Tatort gerufen werden würden meistens haben wir unsere Dienste innerhalb von Gebäuden geleistet manchmal auch vor einem Haus denn manchmal sind die Leute unterwegs während sie langsam sterben und eine Blutspur hinterlassen während die Person versucht zu fliehen das haben wir dann auch gesäubert in diesem Fall war es anders das ganze Haus sah ganz normal aus so wie man sich das vorstellt wenn man heute aufwacht und sein Haus tagelang oder wochenlang so stehen lässt als wir ankamen wurden wir von der Tante des Familienmitglieds das dort wohnte empfangen die seit dem Mord woanders untergebracht war ich erledigte mit der Tante den ganzen notwendigen Papierkram nur ein Formular das uns erlaubte das Haus zu betreten und die Arbeit zu erledigen und ein weiteres Formular das uns ermächtigte alle verschmutzten Materialien zu entsorgen die keinen nennenswerten Wert hatten sowie die typische Kontaktperson und den Ort an dem wir unsere Dienste in Rechnung stellen sollten sie ging nicht mit uns ins Haus sondern teilte uns mit um welchen Raum es sich handelte wir drängten die Leute nie mit uns ins Haus zu gehen da der Anblick des Tatort in den meisten Fällen so ist als würde man den Albtraum noch einmal erleben wir betraten das Haus und entfernten das Klebeband vom Tatort und wie ich schon sagte war die Zeit bis zu der Nacht der Mord geschah wie eingefroren ich erinnere mich an einen Wäschekorb voller Wäsche auf dem Sofa die wahrscheinlich gerade gewaschen wurde und vielleicht von der Mutter gefaltet werden sollte Schuhe neben der Haustür schmutziges Geschirr auf dem Tisch Post auf dem Tisch wir gingen den Flur entlang und die Polizei hatte nach Fingerabdrücken gesucht sodass man überall im Flur schwarze Flecken sah und das Zimmer war das eines kleinen Mädchens etwa 8 bis 9 Jahre alt auf dem Bett lag ein rosafarbenes Bettlaken mit getrocknetem Blut ein weißes hölzernes Kopfteil mit Blutspritzern die über das Kopfteil hinaus gingen und auch an die Wand gespritzt waren das Blut war auch vom Bett in eine kleine Lache auf den braunen Teppich getropft die Polizei hatte das gesamte Zimmer nach Fingerabdrücken abgesucht wobei sich die meisten Fingerabdrücke um das Schlafzimmerfenster herum befanden die Beseitigung all der schwarzen Flecken dauerte länger als die Beseitigung des Blutes da ich annahm dass die Polizei auch andere Dinge entfernt hatte die Blut auf sich trugen wie zum Beispiel die Bettdecke oder Decken aber auf der Matratze befand sich der größte Teil des Blutes also töteten wir sie ein und entfernten sie zur Entsorgung wir haben das Kopfteil und die Wand gereinigt die Polizei hat auch einen Teil des Teppichs entfernt vielleicht als Beweisstück also haben wir den Rest einfach herausgeschnitten und entfernt während der gesamten Zeit in der wir in diesem Raum arbeiteten überkam ich selbst ein Gefühl der Übelkeit ich konnte es wirklich nicht beschreiben aber stell dir vor dass du das Gefühl hast den Raum verlassen zu müssen eine Mischung aus Schwere Bösartigkeit Traurigkeit die den Magen verdreht fast bis zu dem Punkt an dem du übel wird aber eher eine Vorahnung als ob dort noch etwas verweilen würde im Rest des Hauses hatte ich dieses Gefühl nicht aber sobald man diesen Raum betrat war es unausweichlich ich habe auf dem Fenster Sims mein Mitarbeiter brachte gerade den Müll in unseren LKW also war ich allein dort drin ich hatte fast das Gefühl dass mich etwas beobachtet aber es war eher so als würde sich etwas von meinen Gefühlen ernähren ich verließ also den Raum um mein Putzlappen zu holen und fand mein Crewmitglied mit Tränen in den Augen auf dem Boden im hinteren Teil unseres Trucks sitzen ich verstand und ließ ihn in Ruhe ich fragte ihn ob er sich noch mehr Zeit nehmen musste und blieb einfach da sitzen ich ging dann rein ich ging zurück ins Zimmer und war plötzlich auch den Trainer ich weiß nicht warum aber ich schaute mich im Zimmer um schaute mir ich stand plötzlich da und zitterte fast nicht nur weil ich traurig war über dieses kleine Mädchen eine ganze Mischung von Dingen aber ich zwang mich weiter zu machen also beendete ich die Reinigung des Zimmers und begann mit dem Flur und der Außenseite des Zimmertür Knaufs und ich sah wie mein Crewmitglied im Haus arbeitete er sagte dass er die Außenseite des Schlafzimmer Fensters reinigen als ich einige unserer Vorräte zurück in den LKW packte ging ich zur Außenseite des Hauses und sah mein Crewmitglied wie in Trance am Schlafzimmer Fenster stehen und in den Raum hinein starren fast so als ob er etwas sehen würde aber er stand einfach nur still da ich wollte ihn nicht erschrecken also blieb ich einfach stehen und sah ihn an nach ein paar Minuten sagte ich leise seinen Namen was ihn aus seiner Trance aufrüttelte er sah mich an indem er einfach den Kopf drehte und seine Augen waren blutrot und er sagte nur es tut mir leid was hast du gesagt ich sagte nur wenn du fertig bist werde ich die letzten Fotos machen und wir können abschließen er sprühte und wischte einfach weiter als wäre nichts ich holte unsere Kamera abgeschlossen eine Arbeit zu machen aber was war hier eigentlich passiert anscheinend ist mitten in der nacht ein Einbrecher an das Schlafzimmerfenster des kleinen Mädchens eingedrungen die Polizei geht davon aus dass er sie entführen wollte aber sie muss entweder geschrien oder sich gewehrt haben woraufhin er ein riesiges Bowie Messer zog und sie erstach das alles geschah während die Eltern im Zimmer nebenan schliefen ich glaube er ging einfach aus dem Haus und verschwand später als wir wegfuhren fragte ich mein Mitarbeiter ob er draußen am Fenster stand und ob es ihm gut ginge oder ob er früher nach Hause gehen müsse er drehte sich einfach zu mir um und sagte ich habe meine beiden Füße an die gleiche Stelle gestellt an der der Mörder stand kurz bevor er das Mädchen tötete über den Rest des Tages war still ich verfolgte die Ermittlungen etwa eine Woche lang passiv da sie in den Nachrichten liefen aber schließlich widmete ich mich anderen Tatorten und Verbrechen wenn mich jetzt jemand beiläufig in einem Gespräch fragt ob ich religiös bin ob ich an Geister oder etwas ähnliches glaube sage ich immer dass ich das tue manchmal weil ich die Werke des Bösen gesehen habe und manchmal weil ich glauben möchte dass es eine Hölle gibt und dass solche Leute für immer brennen werden die Dame des Waldes ich weiß bis heute nicht was genau ich in jener Nacht beim Zelten in Land Between the Lakes im Westen von Kentucky gesehen habe Ich weiß nur dass ich einen Ort gefunden habe an dem ich vielleicht meine Erfahrungen von diesem Wochenende teilen kann Das ist vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten passiert Mein Vater ging dort regelmäßig auf die Jagd hauptsächlich mit dem Bogen und obwohl ich nie ein Jäger war liebte ich es in den Wäldern zu Zelten Wir benutzten damals nie einen offiziellen Campingplatz sondern fuhren den Trace entlang Bogen auf einer der zahlreichen Nebenstraßen ab und hatten dann in der Nähe eines Bachbettes unseren üblichen Lagerplatz Wir fuhren das Auto von der Straße bauten das Zelt auf spannten die Plane im rechten Winkel auf und Papa machte sein Ding während ich meins machte Wenn ich mit ihm ging bedeutete das normalerweise dass er zu seinem Standplatz wanderte und fast den ganzen Tag weg war Während er weg war wanderte ich ein wenig las oder entspannte einfach Für mich war es ein Ort an den ich gehen konnte um dem Alltag zu entfliehen und mich in Natur in einem guten Science Fiction Buch zu verlieren Diesmal an diesem frühen Morgen war er nach einem schnellen Frühstück gegangen Die Luft war kühl und feucht Der Geruch des Herbstes lag in der Luft Jeder der sich im Freien auffällt wird diesen Geruch von nassem Laub im Herbst kennen Ich erwähne das nur weil es später von Bedeutung sein wird Jedenfalls war zu einer sehr frühen Morgen Wanderung aufbrach Ich machte mich in die übliche Richtung auf entgegengesetzt zur Straße die wir in der Nähe hatten meist in der Nähe des Baches aber nicht direkt an jemand lang Ich hatte einen Kompass dabei falls ich ihn brauchen würde aber das tat ich nie Ich war in Jackson Purchase aufgewachsen und das war mein Zuhause Ich liebte die Natur und ich fühlte mich in den Wäldern nie unwohl Bald jedoch als ich einen kleinen Hügel erkllommen hörte ich ein Rascheln zwischen den Bäumen und obwohl die Blätter zu fallen begann waren die meisten noch oben der Herbst in seiner schönsten Form Ich wurde nur kurz langsamer denn ich bin an diese Geräusche gewöhnt an Eichhörnchen die vom Baum zu Baum hüpfen aber dann wurde es lauter schwerer anders als konzentrieren als kam es von überall um mich herum aber das war nicht der Fall und in jeder Richtung in die ich mich drehte sah ich Bäume in der Ferne wackeln als wäre gerade etwas Großes von ihnen gesprungen aber ich sah nichts anderes damals war ich wahrscheinlich 15 Jahre alt und obwohl ich viele Jahre im Wald verbracht hatte fühlte ich etwas das ich nie zuvor erlebt hatte Furcht nicht vor Terror das kam erst später sondern vor echter Angst fast so schnell wie es angefangen hatte konzentrierte sich das klappernde heftige Schütteln der Bäume nicht auf einen Ring um mich herum sondern auf einen vor mir entgegengesetzt zur Richtung des Lagers und dann nichts überhaupt kein Geräusch keine Stille sondern fast eine Abwesenheit Irgendwie entspannte mich das ich war dieser Stelle schon einmal ausgesetzt gewesen und während das heftige Rascheln der vielen Bäume sich fremd anfühlte war mir das hier vertraut ich überlegte ob ich umkehren sollte bis ich in der Ferne in der Nähe des letzten Baumes der wackelte eine schlanke dunkle Gestalt sah ich konnte sie nicht ausmachen aber sie befand sich in der Nähe des vor mir gezwungen auf sie zuzugehen was ich auch tat ich weiß dass sich das verrückt anhört und wenn ich es jetzt aufschreibe ist es das immer noch aber dann dachte ich mir ich frage mich ob sie das alles auch gehört hat vielleicht hat sie gesehen was es war aber als ich auf sie zu ging glitt sie weg und blieb nur knapp zwischen den Bäumen sichtbar der Himmel fing gerade an sich zu erhellen der Übergang von der Dämmerung zum Morgen und gleiten war das richtige Wort finde ich sie bewegte sich scheinbar normal aber die Entfernung die sie zurückzulegen schien war unnatürlich ich bin über 1,80 groß aber meine Schritte waren nur halb so lang wie ihre und sie schien normal groß zu sein so normal wie eine dunkle gesichtslose Gestalt eben sein kann ich es wie dunkle aber normale Kleidung aussah aber ich konnte sie nicht verfolgen es war schwer sich auf sie zu konzentrieren und abgesehen davon dass ich wusste dass es sich um sie handelte konnte ich nichts anderes erkennen als bis ich mich an er lichtung näherte als ich mich näherte verlor ich sie aus den augen und es wurde dunkler wie wenn die sonne hinter eine dichte wolke kriecht nur dass es keine gab die ich sehen konnte obwohl die sonne noch zu tief stand als dass ich sie hätte einfangen können die Stille die mir vertraut war war da aber das störte mich nicht es war der Geruch der mich störte mit jedem schritt den ich mich der lichtung näherte nahm ich ihn mehr und mehr war und obwohl ich sie nicht finden konnte obwohl ich sie unbedingt finden wollte schrillten er mir die Alarmglocken ich war vorher und nachher hunderte von Malen in den Wäldern eine Sache die ich seit jenem Wochenende nicht mehr erlebt habe war die völlige Abwesenheit von Gerüchen die Natur hat einen Geruch kein Gestank aber einen der deutlich ist ein Geruch von Verfall und Leben von Pflanzen und Bäumen Bächen und stehenden Tümpeln und je nachdem wo man sich befindet riecht man die gleichen Gerüche oder nicht aber es ist immer etwas da nur dort war nichts dieser Mangel verlangsamte mich hielt mich an und erst dann sah ich sie auf der anderen Seite der Lichtung als sie mich ansah ich wünschte ich könnte sagen sie war riesig und haarig oder außerirdisch grau sie sah normal aus undeutlich und unmerklich bis auf ihr das machte mir Angst und ich rannte weg ich weinte und hatte Angst und wusste nicht warum auf halber Strecke blieb ich stehen und alles war heller und trotz meiner Angst wollte ich umkehren ich schaute zurück und obwohl sie wieder nur eine Gestalt war war sie da näher erstarrte als ich sie entdeckte wieder ein Lächeln aber eines das ich fühlte und nicht sah und ich rannte den ganzen Weg zurück zum Zelt ich ging hinein und weinte zitterte vor Angst die ich nicht verstand und nicht verstehen konnte ich blieb im Zelt bis mein Vater zurückkam und ich habe ihm nichts davon erzählt inzwischen war der Schrecken verflogen und obwohl ich geredet dass ich mir das alles noch eingebildet hatte als ich mich vom Zelt entfernte um zu pinkeln und diese Stille über mich hereinbrach und ich erstarrte ich schaute mich zwischen den Bäumen um sah aber nicht bis ich zwei rötliche Lichter sah die sich in der Ferne bewegten ich kannte das Terrain und wusste dass das von mir aus bergauf gehen musste aber die Augen kam herunter ich spürte sie in dem Sinne wie ich zuvor gespürt hatte dass es eine Frau war die auf mich zukam und ich spürte ein lächeln das kein lächeln war obwohl ich es nicht sehen konnte ich rannte zurück zum Zelt und mein Vater saß dort und starrte ins Feuer und als ich ihn anschrie saß er einfach da und reagierte nicht ich schüttelte ihn spürte diese Augen dieses sie dahinter und dann hatte sogar das Feuer kein Geruch mehr es war einfach nichts ich schüttelte meinen Vater noch fester und schrie ihn an und plötzlich knisterte das Feuer ich konnte den Rauch riechen und die Stille war weg mein Vater fragte mich warum ich so geschrien hatte und als ich es ihm sagte warf mir diesen Seiten Blick zu der sagte bist du okay nach vielem drängen gingen wir und obwohl ich mich kaum zusammenreißen konnte weinte ich sobald ich in meinem Zimmer in unserem Haus war nicht weil ich mich blamiert hatte sondern aus Erleichterung ich wusste genau wenn ich meinen Vater nicht erreicht hätte wenn ich ihn nicht geschüttelt hätte wäre ich in der Dunkelheit verschwunden genauso wie ich am Morgen losgelaufen wäre um ihr zu folgen sie wollte mich auf dieser Lichtung die sich falsch anfühlte nach nichts rauch und ich frage mich und habe mich so viele Nächte gefragt was wohl passiert wäre wahrscheinlich und hoffentlich werde ich nie eine Antwort bekommen ich bete nur dass ich sie nie wieder sehe oder spüre seitdem bin ich in den Wäldern gewesen sowohl in der Nähe als auch in anderen Wäldern und Angst wenn es im Wald still wird ich weiß nicht ob irgendetwas davon auf das ihr zutrifft aber ich hoffe dass einige von euch es verstehen und ich danke euch dass ihr mir erlaubt habt hier zu posten und mir das von der Seele zu reden es verfolgt mich seit über zwei Jahrzehnten und ich weiß nicht wie zum Teufel man ein Lächeln spüren kann aber das war die schrecklichste Erfahrung meines Lebens und ich musste es rauslassen danke die Läuche im Schornstein am 8 Mai 2008 verließ Joshua George Maddox 18 Jahre alt sein Haus um einen Spaziergang zu machen er war ein Naturliebhaber sodass dies nichts ungewöhnliches war er wurde nie wieder lebend gesehen sieben Jahre später im August 2015 riss der Bauträger Chuck Murphy weniger als eine Meile von Josh Haus entfernt eine alte Holzhütte ab um Platz für 32 neue Einfamilienhäuser zu schaffen die Hütte war seit Jahren nicht mehr benutzt worden und das Innere war feucht und morsch die Abbrucharbeiten für den Schornstein im Inneren der Hütte begannen und zur Überraschung Mauerwerk eine mumifizierte Leiche die später als Joshua identifiziert wurde sein Körper war bis auf ein dünnes Hemd nackt und seine Kleidung war in der Hütte ordentlich gestapelt was ist mit Josh passiert ist er hineingeklettert wurde er gezwungen die Geschichte von Josh Maddox sorgt weiterhin für Diskussionen unter den Internet Detektiven Joshua Maddox wurde am 9. März 1990 geboren und lebte in Woodland Park einer Stadt mit 7000-9000 Einwohnern im Pike National Forest in Teller County Colorado seine Eltern waren geschieden und Josh lebte mit seinem Vater Mike und seinen beiden Schwestern Kate und Ruth zusammen er war langhaarig 1,80 groß blond und wog 150 Pfund er hatte eine unbekümmerte Lebenseinstellung liebte Musik und verbrachte einen Großteil seiner Freizeit mit dem Schreiben von Musik oder dem Spielen der Gitarre in der Schule war er ein aufgeweckter Schüler und anscheinend sehr beliebt zwei Jahre vor Joshs Verschwinden am 1. Juni 2006 eine Woche vor seinem Highschool Abschluss beging sein älterer Bruder Zachary 18 Selbstmord nachdem er unter schweren Depressionen gelitten hatte Mike Maddox sagte ich habe seinen älteren Bruder zwei Jahre zuvor beerdigt und das war sehr schwer für Josh der Tod seines Bruders hat ihn völlig aus der Bahn geworfen es war ein großer Schock für die Familie und ein großer Schock für Josh er hatte eine hohe Meinung von seinem älteren Bruder trotzdem ging es Josh in der Zeit von 2008 relativ gut und er war glücklich Am 8 Mai 2008 verließ Josh das Haus und teilte seiner Schwester Kate mit dass er spazieren gehen wolle Als er jedoch später am Abend nicht zurückkehrte machte sich die Familie Sorgen Am 13 Mai fünf Tage nach seinem Verschwinden rief sein Vater Mike die Polizei an um Josh als vermisst zu melden Mike sagte Ich bin eines morgens aufgestanden und Josh war da dann kam er einfach nicht mehr nach Hause Am nächsten Tag kam er immer noch nicht nach Hause Er hat seine Freunde angerufen Niemand hatte ihn gesehen Niemand wusste wo er war Die Behörden Freunde und die Familie durchkämpften die Nachbarschaft und die nahegelegene Parklandschaft in der Josh möglicherweise spazieren gegangen war Nach monatelanger Suche war nichts gefunden worden und die Hoffnung schwand Josh Schwester Kate hoffte dass er einfach die Stadt verlassen hatte um Musik zu machen oder ein neues Leben zu beginnen Sie schrieb über das Verschwinden ihres Bruders Seit Josh 18 Jahre alt war lag die Vermutung nahe dass er beschlossen haben könnte die Stadt zu verlassen um ein neues Leben zu beginnen Als eine seiner beiden älteren Schwestern habe ich immer geglaubt dass dies der Fall war Ich habe erwartet dass Josh jederzeit mit Frau und kleinen Kindern zum Haus meines Vaters zurückkehren würde damit sie ihre Großeltern und zwei Tanten kennenlernen können Josh war schon immer für sein musikalisches und literarisches Talent bekannt also würden wir ihn vielleicht dabei erwischen wie er mit einer Band auf Tournee Musik macht oder wie er unter einem Pseudonym erfolgreiche Romane schreibt damit er seinen bevorzugten Lebensstil der Einsamkeit im Wald beibehalten kann Die Polizei hatte keinen Grund ein Verbrechen zu vermuten und gab ihn deshalb als vermisst an Im Jahr 2015 war Chuck Murphy 80 ein Bauunternehmer aus Colorado Springs dabei seine alte Holzhütte in der Meadowlark Lane abzureißen der sich auf einem großen von hohen Kiefern umgebenden Grundstück befand Chuck hatte die Hütte ursprünglich in den 50er Jahren gekauft Sie war früher das Gehöft der Thunderhead Ranch an der Rampart Range Road auf der Nordseite von Woodland Park gewesen Es war ein berüchtigter Speise-, Trink- und Glücksspielkomplex der in den 30er bis 50er Jahren Big Bird Bergstrom gehörte Er war 1912 aus Schweden nach Amerika gekommen und betrieb nach dem Ende der Prohibition das Thunderhead Inhaltsspeise- und Trinkerlokal Er nutzte die Ranch auch als illegales Glücksspiel- und Prostitutionslokal und wurde vom FBI verhaftet Im anschließenden Prozess befanden ihn die Geschworenen für nicht schuldig Die Hütte wurde seit einem Jahrzehnt nicht mehr benutzt und war baufällig geworden Chuck hatte beschlossen die Hütte abzureißen und Platz für ein Neubaugebiet zu schaffen und im August 2015 begannen die Abrissarbeiten Chucks Bruder hatte bis 2005 in der Hütte gelebt aber seit seinem Auszug noch selten besucht Tiere waren ein Problem und als Chuck am 7. August in die Hütte kam war der Gestank deutlich zu riechen Als die Arbeiter den Schornstein einen der beiden in der Hütte mit einem Bagger abbauten und ins Innere gelangten machte Chuck die schreckliche Entdeckung der Leiche eines jungen Mannes der in Fötostellung mit den Beinen über dem Kopf zusammengekrümmt war Er rief die Polizei die mit dem Gerichtsmediziner des Bezirks eintraf die Leiche später mit Hilfe von Zahnunterlagen eindeutig als die des vermissten Mannes Joshua Maddox identifizierte Die Familie Maddox war schockiert über die Entdeckung von Joshs Leiche Seine Schwester Kate sagte Die Situation macht überhaupt keinen Sinn Wir hatten eigentlich erwartet dass er irgendwo anders auf der Welt sein würde und er war eigentlich ganz in der Nähe Das Einzige was wir uns vorstellen können ist dass er ein 18 jähriger Junge war der sich eine Hütte ansah Die war schon lange verlassen und dass ein schrecklicher Unfall passierte Die Hütte war nur zwei Häuser Blocks vom Haus der Familie Maddox entfernt doch die Suche nach Josh hatte das Gebäude übersehen Es gab kein Lebenszeichen zu Besuch Doch bei den Gelegenheiten bei denen er nachsehen musste war ihm selbst nichts Ungewöhnliches an dem Anwesen aufgefallen Da die Hütte selbst zentral auf einem großen Grundstück stand umgeben von hohen Kiefern etwa 50 Fuß von der Straße entfernt vermutete die Polizei dass wenn Josh um Hilfe gerufen hätte niemand in der Lage gewesen wäre ihn zu hören da es keine angrenzenden Häuser gab Der Gerichtsmediziner von Teller County Al Born führte eine Autopsie durch und fand keine Anzeichen von Drogen in George Überresten Er sagte Das harte Gewebe zeigte keine Anzeichen eines Traumas Es gab keine gebrochenen Knochen keine Messerspuren Es gab keine Einschusslöcher Es gibt bisher keine Antworten auf eine Reihe von Dingen Es ist sehr verwirrend Es war kein sofortiger Tod Wie er gestorben ist darüber kann man nur spekulieren aber wir wissen dass er nicht verhungert ist denn das dauert viele Wochen Dann gibt es noch die Dehydrierung die nur ein paar Tage dauern kann und die Unterkühlung die ein oder zwei Tage dauern kann Wir haben keine Anhaltspunkte dafür was zuerst eintrat Am 28. September 2015 entschied Born auf Unfalltod Er vermutete dass Josh einen Schornstein geklettert war und im Mauerwerk stecken geblieben war Born stellte fest dass Josh Position im Schornstein anscheinend eine freiwillige Handlung war um Zugang zu erhalten Er kam zu dem Schluss dass die wahrscheinlichste Todesursache Unterkühlung war da die Temperatur zum Zeitpunkt seines Verschwindens zwischen dem 8. und 10. Mai stark gefallen war viele stimmten mit dem Bericht des Gerichtsmediziners nicht überein Chuck bezweifelte die Schlussfolgerung des Gerichtsmediziners dass es sich um einen Unfalltod handelte da der Schornstein 20 Jahre zuvor gebaut worden war und bei seiner Errichtung mit einem dicken Drahtgeflecht versehen worden war das an Stahlhaken aufgehängt war um zu verhindern dass Tiere und Abfälle in den Schornstein oder in die Hütte selbst gelangen konnten Murphy sagte es war ein schweres Drahtgitter ein Drahtgeflecht das ich etwa eine Ziegelreihe von oben über dem Schornstein angebracht habe wir wollten nicht dass Waschbären und andere Dinge in den Schornstein gelangen Born war der Meinung dass das Gitter verrostet oder korrodiert gewesen sein könnte und erklärte weiter niemand hat das Metallgitter gesehen wir haben es auf keinem unserer Fotos gesehen vielleicht ist es Murphy entgegnete dass während des Abrisses alle Metallteile eingesammelt und zum Schrott gebracht wurden was erklären würde warum das Gitter vom Gerichtsmediziner nicht eindeutig identifiziert wurde da es sich nicht in der Nähe des Schornsteins befand die sammelten einfach den ganzen Stahl das Winkeleisen und andere Dinge als Teil des Abrisses ein sagte Murphy die hatten keine Ahnung dass das Gitter irgendeine Bedeutung hatte Nach einem Zugeständnis an Murphy nahm Born den Fall drei Tage nach seiner ersten Schlussfolgerung wieder auf Es war nicht nur der Betonstahl der Zweifel aufkommen ließ zum Beispiel eine große hölzerne Frühstücksbar die aus einer Wand in der Küche gerissen und herüber geschleppt worden war um den Schornstein vom Inneren der Hütte aus zu blockieren Wenn die Frühstücksbar aus der Wand gerissen worden war wer hatte es dann getan und warum Josh Leiche wurde auch in Fötostellung gefunden Um an eine solche Position zu gelangen hätte er mit dem Kopf voran in den Schornstein steigen müssen Dies war eine ziemlich ungewöhnliche Position und Born hatte zuvor gesagt dass er glaubte dass zwei Leute nötig gewesen wären um ihn in eine solche Position zu bringen Noch merkwürdiger war dass Josh Leiche nur ein dünnes Thermohent trug als man ihn fand und dass seine Kleidung tatsächlich in der Hütte gefunden wurde zusammengefaltet neben dem Kamin Born sagte zu diesem Beweis Das hat unseren Verstand wirklich gefordert Wir haben seine Kleidung direkt vor der Feuerstelle gefunden Er hatte nur ein Thermo T-Shirt an Wir wissen nicht warum er sich ausgezogen hat warum er seine Schuhe und Socken ausgezogen hat und warum er nach draußen gegangen ist auf das Dach geklettert ist und den Schornstein hinunter gestiegen ist Das war kein normales Denken Der revidierte Autopsie Bericht besagt dass die Todesursache ein Unfall Tod Mord oder unbestimmte Ursachen war Born sagte Wir haben die plausibelste Erklärung gefunden und es wird ein Unfall bleiben Er Schlussfolgerung Murphy sagte Es ist unmöglich dass der Kerl in den Schornstein geklettert ist Er ist nicht in Schornstein herunter gekommen und er blieb davon überzeugt dass Joshs Tod kein Unfall war Er fügte hinzu Er hatte nur sein Thermohemd an Keine Hose keine Schuhe oder Socken Murphy sagte Es sei lächerlich zu glauben dass der Teenager nur mit seinem Hemd bekleidet auf das Dach und dann auf den Schornstein geklettert und hinunter gerutscht sei weil er wusste dass er in der Falle sitzen würde Die Polizei erhielt mehrere anonyme Hinweise die zu Spuren führten und Verdächtige nannten die damit geprahlt hatten Josh getötet zu haben Einer dieser Verdächtigen saß in einem texanischen Gefängnis und hatte zuvor in Gefängnissen in Seattle und Portland gesessen wo er eine lange Vorgeschichte von Gewaltverbrechen hatte Ein Hinweis hatte die Polizei informiert dass dieser Mann mit Josh gesehen worden war Al Born sagte über den Mann Sie können mir keine Zeiten und Einzelheiten nennen und wir können keine Informationen generieren die sieben Jahre zurückliegen Born bezweifelte auch dass der Mann in der Lage gewesen wäre Josh allein in den Schornstein zu stecken Im Jahr 2015 wurde in einem Beitrag auf Reddit ein Name für den eben erwähnten Verdächtigen genannt In dem Beitrag hieß es Ich ging mit diesem dünnen trotteligen Hippie namens Andy der in einer Band Gitarre spielte zur Highschool Ich war nie gut mit ihm befreundet aber etwa ein Jahr nach meinem Abschluss begann einer meiner guten Freunde Josh mit ihm abzuhängen und verschwand dann Es stellte sich heraus dass Andy nicht nur viel furchteinflößender aussah sondern auch tatsächlich nach New Mexiko gefahren war wo er sich mit dem Pfleger eines behinderten Mannes traf und in dessen Wohnung eingeladen wurde Der Pfleger geht unter die Dusche und als er wieder herauskommt ist der Behinderte erstochen und Andy verschwunden Als Andy verhaftet wurde behauptete er außerdem tatsächlich eine Frau in Taos gefunden in einer Fass gestopft worden war hatte aber bereits jemanden in Haft und beschloss sich stattdessen an diesem Mann zu halten Jahre später fand ich heraus dass der Pfleger bei einer Schlägerei in einer Bar ums Leben gekommen war und ohne ihn hatten die Polizisten nicht viel an Beweisen also wurde auch dieser Fall gegen Andy fallen gelassen Mehrere von uns gingen vielleicht solltet ihr das mal überprüfen aber nichts und mit nichts meine ich dass die Polizei meistens nicht einmal auf unsere Anrufe reagierte und einmal versehentlich die Fahne nach Josh abbrach weil er lebt und es geht ihm gut und er wohnt in der nächsten Stadt das tat er nicht er lag tatsächlich im Schornstein einer verlassenen Hütte etwa zwei Blocks von seinem Eltern aus entfernt der Gerichtsmediziner stellte fest dass die Leiche seit etwa sieben Jahren dort gelegen hatte und kam zu dem Schluss dass Josh wahrscheinlich bei dem Versuch in das Haus einzubrechen in den Schornstein geklettert und dort stecken geblieben war was in Anbetracht des Alters der Leiche nicht allzu lächerlich erscheint abgesehen davon dass Josh zuletzt mit Andy gesehen wurde unmittelbar vor seiner Messerstecherei meldeten sich Leute die Gerüchte gehört hätten dass Andy damit geprahlt hatte Josh in ein Loch gesteckt zu haben jemand hatte eine schwere Stange von der Wand in der Küche gerissen und sie gegen den Kamin gelehnt oder die Tatsache dass sich Josh Sachen bereits in der Hütte befanden was bedeutet dass er bereits eingebrochen war und sich hätte aussperren müssen um durch den Kamin zu kommen und dass er vielleicht bemerkt hatte dass entweder das gefunden wurde was sich für mich so anhört als hätte er mit dem Kopf voran einsteigen müssen oder vielleicht die Tatsache dass Josh barfuß und von der Hüfte abwärts nackt war es ist nur meine Meinung aber es ist mir egal wer man ist man versucht nicht kopfüber durch ein verrostetes Loch in einem Metallgitter in einen Schornstein zu klettern während der Schwanz heraus hängt soweit ich weiß hat sich niemand die Mühe gemacht Andy anzurufen und ihn zu fragen ob er etwas weiß ich will nur damit sagen ich wünschte sie hätten irgendetwas gemacht eine Untersuchung einleiten versucht ein paar Spuren zu verfolgen befragt ein paar der Leute die in den letzten sieben Jahren Tipps abgegeben haben ich weiß nicht was ich tun soll sagen sie nicht einfach Unfall wischen sich den Staub von den Andys vollständiger Name war Andrew Richard Newman er wurde wegen des Verdachts auf eine tödliche Messerstecherei in New Mexiko verhaftet und sitzt derzeit in Haft Chuck Murphy der Besitzer der Hütte sagte das ist ein echtes Rätsel eine tragische schreckliche Geschichte alles was ich weiß ist dass er nicht durch den Schornstein gegangen ist er ist in den Kamin gestiegen und nach oben gegangen aber warum ich denke es wird ein Rätsel bleiben eine dieser traurigen Geschichten der Fall ist bizarr und rätselhaft das Gitter im Kamin hätte das Eindringen von Personen verhindert es sei denn er wurde von dem Abriss entfernt oder ist weggerostet wie der Gerichtsmediziner behauptet warum zog Josh seine Kleidung aus und stellte sie neben dem Kamin ab ebenso wie seine Stiefel warum wurde die Frühstücksbahn in die Hütte geschleppt um den Eingang des Kamins zu verdecken was ist mit Josh Maddox passiert London Ich erzähle diese wahre Geschichte schon seit Jahren meinen Freunden und man hat mir immer gesagt dass sie interessant ist also dachte ich ich erzähle sie hier Ich wäre nie jemand der an Geister glaubt ich bin ein nicht religiöser Typ aber ich habe in 26 Jahren einige seltsame Dinge gesehen aber nichts was mich zu 100% davon überzeugt hätte dass das Paranormale echt ist ich eine interessante Erfahrung gemacht die mein Interesse geweckt hat und mich ehrlich gesagt dazu gebracht hat meine Einstellung zum Paranormalen in Frage zu stellen Vor etwa 6 Jahren lebte ich als 20 jähriger Student in London Mein letzter Mietvertrag war ausgelaufen und ich brauchte so schnell wie möglich eine neue Bleibe Ich hatte sehr wenig Geld und fühlte mich schuldig weil ich einziehen konnte Ich hatte das Glück oder eigentlich das Pech noch am selben Tag eine Wohnung zu finden die ich beziehen konnte und als ich den Vertrag unterschrieb hatte ich eine Wohnung Am nächsten Tag zog ich mit all meinen Sachen in dieses Einfamilienhaus ein Es war ein schmutziges Haus aber die Bewohner der Wohnung waren alle 20 bis 30 Jahre alt vier von ihnen und sehr freundlich die Gegend war ruhig und ich fühlte mich einigermaßen wohl Dieses Haus war immer feucht und kalt Es war Herbst also es ist nicht überraschend aber es war immer eine unangenehme Atmosphäre Der Garten war überwuchert und unheimlich Die Fenster zum Garten waren zerkratzt rissig und sahen sehr schmutzig aus Das Licht in den Fluren funktionierte nicht sodass das gesamte Innere des Wohnzimmers Das Badezimmer war einfach anders An meinem ersten Abend nachdem ich mit einem meiner neuen Mitbewohner gesprochen hatte wurde mir gesagt dass sie alle seltsame Geräusche gehört hatten vor allem das Kratzen an dem geschwärzten Fenster im Badezimmer was sich als Unsinn abtat Wahrscheinlich ein Baum der daran streicht wenn es draußen windig ist Nach ein paar Wochen begann ich schließlich seltsame Vorkommnisse im Gebäude zu bemerken das Fenster meines Zimmers ging zur Einfahrt hinaus und ich hielt meine Vorhänge gerne geschlossen weil das Zimmer nach Westen ausgerichtet war und ich es nicht mochte wenn das Sonnenlicht hereinströmte und mich jeden Tag blendete also schloss ich morgens die Vorhänge ging zum Unterricht kam nach Hause und fand die Vorhänge mehr als halb geöffnet vor das passierte jeden Tag ich die Vorhänge waren offen doch wenn ich stundenlang im Zimmer war bewegten sie sich nie seltsam oder meine Fenster waren geschlossen und verriegelt genauso wie die Schlafzimmertür wenn ich nicht da war ich war der einzige mit einem Schlüssel hoffe ich auch über mir war ein Dachboden niemand wohnte dort oben es war ein verschlossener Lagerraum aber nachts konnte ich hören was ich anhörte wie Kinder die rannten und manchmal flüstern etwas unheimlich aber ich dachte vielleicht hatte jemand im Haus Zugang zu diesem Raum und benutzte ihn nachts für wer weiß was aber niemand war dort oben der Raum war verschlossen ich ging manchmal nachts die Treppe hinauf zur Tür und versuchte hinein zu kommen zu sehen wer zum Teufel dort drin war aber ich hatte kein Glück ich sah nie etwas Ich konnte ihn fünfmal am Tag beten hören und er war immer sehr freundlich und offen um über seinen Glauben zu sprechen und mir zuzuhören wenn ich mich über den schrecklichen Zustand des Hauses beklagte aber er selbst hörte oder bemerkte nichts seltsames außer dem unhygienischen Zustand des Hauses Irgendwann beschloss er für ein paar Monate nach Hause nach Algerien zu gehen und sein Zimmer abzuschließen nach sechs bis sieben Wochen zog einer der anderen Bewohner aus und es wurde ein Zimmer frei Ich erzählte es einem Freund von mir der genauso verzweifelt war wie ich Wochen zuvor Er zog innerhalb weniger Tage ein und die Dinge liefen großartig Wir arbeiteten und gingen auf dieselbe Uni also war es cool mit einem Freund abzuhängen Ich erzählte ihm die Geschichten aufgrund seines religiösen Glaubens glaubte er nicht an Geister und war wie ich von den Geschichten nicht beunruhigt aber er begann auch Dinge zu merken Die gleichen stampfenden Geräusche im Obergeschoss die kratzenden Fenster meine Vorhänge die sich von selbst öffneten Er fühlte sich die ganze Zeit beobachtet Er bemerkte dass der Schuppen im Garten eine zerbrochene Wand hatte und konnte sich leicht vorstellen dass jemand darin war und uns manchmal in der Küche beobachtete wenn wir Essen machten Die routinemäßige Schältings Bekämpfung öffnete den Schuppen bei einem Besuch und fand darin ein halbes Dutzend toter Ratten und einen Haufen ausgehöhlter Bienen Gruselig aber keine Monster Mein Freund und ich aßen eines Abends nach der Arbeit in der Küche zu Abend Ich war ihm und der Tür zum Flur zugewandt während der Mio und der Glasschiebetür die Zugang zum überwucherten Dschungelgarten dahinter wo zugewandt war Ich erinnere mich wie er blass wurde aufsprang und mich in einem sehr ängstlichen Ton und fragte Kannst du mit in mein Zimmer kommen? Ich lachte und fragte warum und er sagte Im Ernst kannst du bitte einfach in mein verdammtes Zimmer kommen bitte das ist kein Witz und dann rannte er in sein Zimmer als würde er weg laufen Ich beendete mein Sandwich mit dem letzten Bissen dachte nicht einmal daran mich umzudrehen und zu sehen was ihn so erschreckte und kam in sein Zimmer Er schloss die Tür ab setzte sich auf sein Bett und schaltete seine Playstation ein Nach ein paar Minuten beruhigte er sich und als er zu spielen begann erzählte er mir er habe etwas im Garten gesehen Eine Frau in einem weißen Kleid sie ging durch den Garten einen halben Meter vom Glas entfernt sie schwebte fast vorbei und dann verschwand sie er sagte immer wieder wir müssen weg und dass Geräusche eine Sache sind aber wenn man etwas sieht ändert sich alles mein Zimmer hat ihn und alle anderen am meisten erschreckt ein anderer Mitbewohner erzählte uns dass sie dachten sie hätten mich in meinem Zimmer gesehen wie ich sie auf der Auffahrt durch einen 20 Zentimeter breiten Spalt in meinem Vorhang beobachtete sie sagten sie hätten die Umrisse eines Menschen Kopfes gesehen aber ich war in dieser Nacht nicht da oder bei irgendeiner der erwähnten Gelegenheiten und ich schaue ganz sicher nicht durch mein Fenster auf Leute zwei Nächte nach dem Vorfall in der Küche werde ich um etwa vier Uhr morgens geweckt mein Freund hämmert meine Tür in der pechschwarzen Dunkelheit des Flurs ich öffne und er kommt herein zitternd vor Angst und sagt sein Bett habe vibriert und sich bewegt und er könne nicht länger nach ein paar Tagen zieht eine weitere Person aus ein wenig verängstigt aber hauptsächlich verärgert über den schlechten Zustand des Hauses zu diesem Zeitpunkt suchen wir die letzten verbleibenden Bewohner alle nach alternativen Wohnform erinnerst du dich an einen religiösen Mann der nach Algerien zurückgekehrt ist der Vermieter kam eines Tages zu Besuch und da er einen Ersatz Schlüssel hatte beschloss er das Zimmer zu inspizieren um sicher zu gehen dass alles in Ordnung war also öffnete er es und wir gingen hinein sein Zimmer war unglaublich es war warm gemütlich keine Feuchtigkeit oder Kälte es war wirklich wie ein anderes Haus es war schön ich beschloss mit meiner Partnerin zusammenzuziehen die dieses Haus die ganze Zeit in der ich dort lebte gemieden hatte vielleicht ein oder zweimal besuchte sie hasste es dort zu sein und fühlte sich immer unwohl in meiner letzten Nacht hörte ich wieder seltsame Geräusche aber diesmal im Flur ich war mir bewusst dass ich in dieser Nacht allein zu Hause war da der einzige andere Mitbewohner im Urlaub war es war wie immer sehr dunkel als ich die Tür öffnete niemand da ging ins Wohnzimmer und das Fenster auf der Rückseite das auf die Seite Taschenlampe tragen um das zu tun ging ins Bad erledigte mein Geschäft und als ich meine Schorts hoch zog leuchtete meine Taschenlampe kurz über das Fenster aus irgendeinem seltsamen Grund schaute ich als ob ich erwartete etwas zu sehen was ich aber nicht tat ich ging aus dem Zimmer und ich weiß nicht warum aber ich beschloss das Fenster noch einmal ohne das Licht der Taschenlampe zu betrachten ich sah die Form eines großen Mannes ging zurück in mein Zimmer und schloss meine Tür ab die ganze Nacht hörte ich Fußstampfen oben auf dem Dachboden ich konnte nicht schlafen also schob ich alle meine Sachen auf einen Stapel in der Mitte des Zimmers setzte mich aufs Bett und wartete auf den Sonnenaufgang am Morgen nahm ich der Schattenmann ich bin im Moment so verdammt verängstigt mein Sohn der jetzt 14 ist erzählte mir als er draußen am Teich an unserem Garten spielte dass es ganz still wurde er konnte überhaupt nichts hören aber dann fing er an Musik zu hören die von hinter dem Teich kam wir befinden uns nicht in einer ländlichen Gegend Jacksonville Florida aber der Teich grenzt an ein Wald Gebiet möglicherweise ein Naturschutz Gebiet er sagte dass die Musik spielte und der ihr bis zur Rückseite des Teiches folgte dort traf er auf das was er damit als Schattenkinder bezeichnete er sagte sie sprachen nicht aber sie spielten mit ihm er sagte dass sie zuerst fangen spielten und dann Steintürme bauten dann hätten sie angefangen verstecken zu spielen und er sei der Suchende gewesen er sah ein und begann ihn zu jagen er sagte dass er über einen Stein stolperte und fiel also hielt er an weil alle anderen Schatten herauskam und ihn umzingelten dann kamen zwei größere Schatten Menschen er beschrieb sie als so groß wie das Haus heraus und schimpften ihn aus er sagte es sei ein bedrohliches Gefühl als wären sie wütend und es seine schuld er bekam Angst und rannte zurück in unser Haus er erzählte mir von dieser ganzen Tortur die sich anhört als hätte sie mindestens eine Stunde gedauert weil sie so viel gespielt haben aber er war nur vielleicht fünf Minuten draußen gewesen während ich meinen Badeanzug anzog weil ich mich bräunen wollte und ihn draußen spielen ließ er war müde und hat danach sogar ein Nickerchen gemacht ich habe seine Geschichte nicht diskreditiert er ist kein Lügner und war es auch nie er hatte schon immer diese ganze Gryffindor Harry Potter Persönlichkeit an sich also wusste ich dass ich das nicht ausgedacht hatte es hat mich sehr beunruhigt aber ich habe es nicht angesprochen sondern nur gefragt ob er sie jemals wieder gesehen hat das war nicht der fall und er sagte sogar er wünschte sich sie würden zurückkommen weil es so viel Spaß machte mit ihnen zu spielen ein paar Jahre später als er zehn Jahre alt war fragte ich ob er sich an die Schattenkinder und die Musik erinnere jetzt da er älter war sagte er ja das war auch alles echt ich weiß noch wie ich stundenlang mit ihnen gespielt habe und du hast dir nicht einmal Sorgen um mich gemacht ich dachte ich würde Ärger bekommen wenn ich zurückkomme aber ich hatte so viel Spaß wir sprachen ein wenig darüber und wie er sagt es schwer zu beschreiben aber das was ihm am ehesten einfall sei Nebel oder Rauch ich habe all diese verrückten Begegnungen gelesen und konnte die Ähnlichkeiten nicht fassen die Stille die Musik die durchsichtigen Figuren der Verlust der Zeit gestern habe ich zum ersten Mal hier auf Reddit darüber gelesen und bin aufgrund der persönlichen Erfahrung meines Sohnes süchtig geworden ich habe ihn gerade es war wahrscheinlich nur eine vorübergehende Phase zu machen weil es ihm jetzt peinlich ist denke ich als ich ihm sagte dass ich frage weil vielen Leuten das gleiche passierte ist entspannte er sich und fing an darüber zu reden er sagte die Musik sei nicht beängstigend sondern schön gewesen er beschrieb erneut die neblige rauchige Transparenz der Schattenkinder und wie sehr ihn die großen Wesen erschreckten dieses mal fügte er hinzu dass es dunkel war als er nach Hause lief und ins Bett ging bin mir nicht sicher ob es das war was er zu der Zeit erlebte oder ob seine Erinnerung an die Angst den glauben ließen es sehr dunkel gewesen er schlief sofort ein es war ein sonniger Nachmittag im Sommer in Florida wir sind doch deutscher Abstammung mein Großvater war Jahre alt als dies geschah wir sind ein paar Wochen nach diesem Erlebnis in ein neues Haus gezogen und es ist nie wieder passiert ich habe vergessen hinzuzufügen dass er sagte die Stille habe ihn zuerst glauben lassen er sei taub geworden er konnte nichts hören bis die Musik anfing zu spielen die Musik spielte die ganze Zeit bis er zurück ins Haus rannte ich wollte dies zuerst nicht erwähnen weil die jetzt da ich dies gepostet habe und angefangen habe über die Möglichkeit von Geistern hinaus zu gehen und andere Möglichkeiten zu untersuchen denke ich dass es erwähnenswert sein könnte dies ist ein Bericht aus erster Hand den ich nie vergessen werde ein Jahr vor der Begegnung mit meinem Sohn schlief ich in meinem Schlafzimmer mit meinem Boston Terrier Delgado mitten in der Nacht wachte ich auf weil ich ein lautes krachen hörte es hörte sich an als ob ein großes Stück Sperrholz auf einen Fliesenboden fallen würde ich setzte mich auf und mein Hund auch mein Schlafzimmer war so geformt dass die Tür eingesenkt war so ähnlich wie die Form des Staates Alabama wenn Alabama nur gerade Kanten hätte und die südwestliche Ecke des Staates dort wäre wo meine Schlafzimmertür war ich schaute zur Tür weil ich aufstehen wollte um zu sehen was gefallen war mein Mann saß auf der Couch an unserem Wohnzimmer und spielte Videospiele auf der anderen Seite der Wand es war eine kleine Wohnung und ich konnte den Fernseher hören ich will verdammt sein als ich zur Tür schaute sah ich dort jemanden stehen ich versuchte meine Augen zu fokussieren denn mein Zimmer war ziemlich dunkel mein meine Augen konzentrierten sich und ich konnte erkennen dass es ein Mann war ich sagte den Namen meines Mannes und dachte er wolle mich erschrecken ich bekam keine Antwort dieser Mann trat aus der Tür und mir wurde klar dass es niemand war den ich kannte es war eine Person und diese Person war mindestens 1,80 groß er sah aus wie ein Mann der normale Kleidung und eine Mütze eine Person mein Hund hat sie auch gesehen und angefangen zu knurren in diesem Moment überkam mich das gute alte Klischee eines überwältigenden Gefühls des Grauens es war als ob es sich wie Wasser über mich ergossen hätte ich war nicht mehr nur neugierig sondern stand kurz vor dem Adrenalinausstoß der Hund war die Bestätigung die ich brauchte um mich an den Überlebensmodus zu versetzen meine Gedanken liefen mit 10.000 Meilen pro Stunde ich warf einen Blick auf unsere Badezimmertür die ebenfalls geschlossen war und wusste dass ich sie nicht rechtzeitig schließen konnte bevor der Kerl hereinkam ich hatte nichts in meiner Nähe was ich als Waffe benutzen konnte und dieser Kerl war so groß dass er den ganzen Platz von meiner geschlossenen Schlafzimmertür einnahm der Hund stand neben mir auf und fing wie verrückt an zu bellen ich tat das einzige was ich konnte und das war zu schreien ich schrie wer bist du was machst du meinem zimmer keine antwort er kam einfach näher seine arme waren nach vorne gerichtet und er beugte sich vor als wolle er mich erwürgen als er sich näherte kam mir der Gedanke dass mein Mann noch nicht auf mein Schreien und ich dachte sofort dass dieser große Freak jemand war der eingebrochen war um uns zu töten dass er meinen Mann zuerst erwischt hatte und ich als nächstes dran war ich wollte nicht kampflos untergehen und ich erinnere mich dass ich dachte er müsste mich umbringen weil ich so nicht untergehen würde ich fing an zu schreien für jeden der mich möglicherweise hören könnte der Mann war immer noch Stellung kam immer noch näher ich beobachtete ihn und dachte wenn er nahe genug herankommt könnte ich ihn vielleicht treten und zur Tür hinaus laufen ich merkte dass zwei meter große furchterregende serienmörder direkt vor meinen Augen verschwunden ist es war nicht so dass das licht anging und nichts da war dieses ding löste sich langsam direkt vor meinen augen auf ich sah zu wie es verschwand so wie man es in einem geisterfilm sehen würde aber es war mehr in 3D so wie Wassernebel wenn man schon mal in einem Wasserpark oder einem Freizeitpark war wo es diese Sprühnebel gibt die einen abkühlen es hatte etwas anders wie normale Kleidung aussah ein Hemd und eine Jeans ich erinnere mich dass entweder der Hut oder das Hemd irgendwie orange aussahen aber es hatte kein Gesicht es war vielleicht einen Meter von mir entfernt und hatte die Hände ausgestreckt als wollte er es mich packen ich konnte meinen Mann durch ihn hindurch sehen und dann war er weg ich war in meinem ganzen Leben noch nie so erschüttert ich zitterte und weinte und mein Mann war so verwirrt er dachte ich hätte nur schlecht geträumt unser Nachbar rief die Polizei weil ich so schrie und ich musste den Polizisten sagen dass ich einen Albtraum hatte bis zum heutigen Tag weiß ich dass ich nicht geschlafen habe ich kenne den Unterschied zwischen einem luziden Traum und einem Traum bei dem man schläft Hunde können deine Träume auch nicht sehen in dieser Nacht hatte ich solche Angst dass ich stundenlang unkontrolliert zitterte ich war buchstäblich so erschrocken dass ich nicht mehr führen konnte zu zittern was mir noch nie zuvor passiert ist und ich hatte ein hartes Leben mit vielen beängstigenden Ereignissen ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und bin danach jahrelang nicht mehr von selbst eingeschlafen Drei Begegnungen vor etwa 19 Jahren ich bin jetzt 38 Jahre alt war ich im Wald hinter dem Haus eines Freundes zelt zelt teleportiert so schnell Es war nicht weit entfernt aber wir konnten sehen wie es die Sterne verdeckte indem es sich von Westen nach Osten bewegte fast so als würde es einen Beschuss durchführen weitere 10 adrenalin geladene Minuten vergingen und wir nahmen an dass es weg war nach einer weiteren Stunde des Lauschens und Wartens auf seine Rückkehr schliefen wir alle ein Am Morgen war nichts auf dem Campingplatz gestört und nichts war beschädigt worden Ich ging zurück zum Haus um ein paar Eier und andere Dinge für das Frühstück zu holen Außer dem ständigen Gefühl vom Waldhaus beobachtet zu werden fühlte sich nichts unangenehm an aber nach dieser langen Nacht konnte ich es verstehen Auf dem Rückweg bemerkte ich jedoch aus einem anderen Blickwinkel drei deutliche Bereiche im Heu die in einem fast perfekten Dreieck zusammengedrückt waren Als ich näher kam lag ein statisches Gefühl in der Luft und alle meine Armhaare stellten sich auf Als ich mich dem Wald näherte überkam ich ein starkes Gefühl mich umzudrehen Auf der anderen Seite des Feldes etwa 250 Meter entfernt gibt es ein Stück Wald das die beiden Felder trennt In diesem schmalen auf zwei Beinen Es schien sich auf zwei Beinen nicht wohl zu fühlen denn es schwankte hin und her als ob es das Gleichgewicht verloren hätte Ich kehrte um und ging zum Campingplatz machte Frühstück und sagte den anderen nichts Wenn wir zum Haus zurück gingen würden wir direkt einer Kreatur vorbeikommen Ungefähr drei Stunden später machten wir uns auf den Meilen von der ursprünglichen Sichtung entfernt Ich saß an diesem Abend in den Wäldern als ich eine Gruppe von vier Hirschen sah Die Ricke war ruhig und bewegte sich langsam beim Fressen ohne sich um etwas zu kümmern Nach einigen Minuten schaute die größte Ricke immer Langsam bemerkte ich eine grau weiß Haarige Kreatur die sich wie ein jagender Hund näherte Als ich es zum ersten Mal richtig sah erkannte ich es sofort Diesmal hatte ich jedoch keine Angst kein Herzrasen und fühlte mich völlig ruhig anders als bei der ersten Begegnung Es lag nicht daran dass ich mein Gewehr hatte Bei der ersten Begegnung hatte ich auszuweichen aber ich hatte auch das Gefühl dass es wusste dass ich da war Es bewegte sich hinter dem dichteren Unterholz und sprang fast durch die Schussbahn die ich hatte um sich zu verstecken und mir keine Schussmöglichkeit zu geben Nicht dass ich betrat Ich wartete etwa 30 Minuten bevor ich mich für die Nacht zurück zog da die Kreatur die sich durch das Feld bewegte alles andere vom Eindringen abgehalten hätte Auf dem Rückweg hatte ich waren zu platzen Es bewegte sich langsam in die Richtung in die sich die Kreatur bewegte und verschwand dann extrem schnell in die entgegengesetzte Richtung Das letzte Mal dass ich eine Begegnung mit dem selben Wesen hatte war erst vor drei Jahren aber jetzt 50 Meilen weiter südlich Ich war auf der Jagd im Elegant State Game Area nur ein paar Tage in der Jagdsaison Jeder der dieses Gebiet während der Wildsaison kennt weiß dass es mit Jägern aus aller Welt gefüllt ist Normalerweise ging ich in die schwierigeren Gebiete da die Stadtbewohner zehn Fuß von ihrem Fahrzeug entfernt jagen wollten und nicht für ihr Wild arbeiten mussten Ich befand mich tief im Wald bei Swan Creek und die Sonne begann gerade aufzugehen um durch die dichten Bäume zu brechen Ich bin an das seltsame und manchmal beunruhigende Gefühl gewöhnt dass diese Gegend vermittelt aber heute fühlt er sich seltsam an Ich hatte auf dem Weg dorthin keine anderen Autos gesehen und war guter Dinge dass die Jagd erfolgreich sein würde Als die Minuten vergegen hörte ich ein paar Rehe die sich näherten und hoffte dass ein Bock nicht weiter hinter sein würde An diesen Morgen war es kühler als in den letzten Tagen und man konnte den Atem der Tiere gut sehen Ich fing an den Atem hinter einigen Bären Sträuchern zu sehen von denen ich annahm dass es die Rehe waren die ich gehört hatte und ich war aufgeregt zu sehen wie sie sich hindurch bewegten Nachdem zehn Minuten vergangen waren und der Atem immer wieder von der gleichen Stelle kam begann ich zu denken dass vielleicht ein Bock hinter den Sträuchern war und er mich riechen konnte oder weiß dass etwas im Gange war Dann rannten die Rehe alle durch die Öffnung bei den Sträuchern und liefen mit voller Geschwindigkeit durch den Wald Kurz hinter ihn bot sich mir ein Anblick den ich ganz vergessen hatte und der mein Herz fast explodieren und meine Angst auf die Spitze treiben ließ Ohne in dichten Wäldern mit vielen Mulden und Graten um zu meinem Fahrzeug zu gelangen und hatte keinen Jagdkameraden dabei der versuchen könnte zu mir zu gelangen in dem Gebiet in dem ich befand hatte ich meine Schrotflinte dabei aber nachdem was ich in der Vergangenheit gesehen hatte war ich mir nicht sicher ob ich damit auch sicher war ich ging ungefähr 150 Meter und blieb dabei relativ langsam keine rumlaufenden Eichhörnchen und kein Wind manche würden denken dass das toll ist weil man alles hören kann aber diejenigen die viel Zeit im Wald verbringen wissen dass wenn sich ein Spitzenpredator nähert entweder die Warnrufe losgehen oder still wird im Wald ich bewegte mich in einem schnelleren Tempo weiter und überprüfte ständig mein Telefon um meine Schwiegereltern anzurufen damit sie in mein Gebiet kommen und mir helfen ich war vielleicht 200 Meter von meinem Fahrzeug entfernt als ich sah was ich für mein wahres Ende hielt auf einem kleinen Hügel etwa 75 Meter vor mir stand eine Kreatur auf allen vieren aber dieses hier war anders das Haar war braun und schwarz es sah größer aus und dieses Mal war die vordere Hälfte vollständig sichtbar und ich konnte sehen dass es dieselbe Art von Tier war dieses Ding sei ein Reagenzglas Baby eines verrückten Wissenschaftlers es starrte mich etwa 5 Minuten lang direkt an und ich war mir sicher dass der andere irgendwo in der Nähe war und von hinten zusah dann kam ein gewaltiger Luftzug durch die Bäume und die Kreatur rannte davon als würde sie selbst gejagt werden ich lehnte mich an den Baum neben mir seufzte und fühlte eine wie vorher aber da waren Wolken und ein offener Himmel dann schienen sich die Wolken zu verzerren und sich zu verformen ähnlich wie wenn Glas eine Krümmung oder einen Defekt hat und die Sicht auf die dahinterliegenden Objekte verzerrt ich weiß dass es ein anderes Fluggerät war das über den Bäumen flog und es war entweder ein ganz anderes oder ein anderer Mechanismus um sich zu verstecken da es diesmal Tag hell war jetzt kommt der wirklich komische Teil ungefähr zwei Jahre lang hatte ich danach fast geisterhafte Besuche von diesen Kreaturen das ist wirklich die einzige Möglichkeit es zu erklären wir tauchten beide in meinem Wald auf während ich Feuerholz sammelte oder mit meinen Kindern spazieren ging ich hatte nie das gleiche Gefühl wie bei den anderen Besuchen ich hatte das Gefühl dass es eine Erinnerung war die sich in meinem Kopf abspielte nur dass sie sich bewegten und Dinge taten die ich nicht physisch gesehen hatte eines Tages hatte ich meinen Hund dabei den ich ausgebildet hatte um meine Kinder und meine damalige Frau zu beschützen er versuchte sogar mich anzugreifen als meine Ex ihn im Wald an die Leine nahm ich zog mir einen neuen Kapuzenpulli an und zog die Kapuze über mein Gesicht er kam hinter mir her und selbst das Rufen seines Namens beruhigte ihn nicht gerade als er nahe genug war um mich zu riechen dann sah ich habe die kreaturen noch nicht vollständig gesehen aber ich sehe immer wieder schatten am rande meines blickfelds die wie sie aussehen und sie kommen jedes mal von beiden seiten näher mein größtes problem ist wie kann das was eine vollständige physische interaktion mit etwas war von dem ich an dass es ein kriptid oder vielleicht ein wesen aus einer anderen Welt war jetzt mehr eine paranormale geistige interaktion sein die wie eine seele aussieht die mir folgt könnte es sein dass sie gestorben sind und ich der jenige bin den sie nicht erwischt haben wie auch immer ich habe es jahrelang für mich behalten und die anderen zwei begegnungen vor den Leuten aus der ursprünglichen Gruppe mit denen ich immer noch spreche verheimlicht aber schließlich dachte ich mir dass sich die Begegnungen und Ereignisse veröffentlichen und andere ihre Gefühle und Ansichten dazu äußern lassen sollte nichts davon hat sich auf mein Leben ausgewirkt abgesehen von ein paar beinahe Herzinfarkten aus Angst oder den paar schlaflosen Nächten direkt nach den Begegnungen nehmt es wie ihr wollt und ich freue mich auf die Antworten aber was den Übergang von einer physischen Interaktion zu einer Spektralen im Laufe der Jahre angeht bin ich verloren und ich hoffe dass ich Antworten für die extremste Situation bekommen kann die ich von all meinen Erfahrungen mit physischen Merkwürdigkeiten durchgemacht habe zu einer zu einer Begegnungen zu einer Vielen Dank.